Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir werden ein bisschen Isaac spielen. Ignoriert den Spielstand, ich habe nur ein Screenshot für den Funtler gebraucht. Ich dachte mir, meine Winstreak ist sowieso irrelevant. Dementsprechend... Ups, was habe ich gedrückt? Warte, mit R1 schaltet man um. Ich weiß nicht nur, wie das Spiel funktioniert. Beim letzten Mal im Stream haben wir Tainted Lost abgeschlossen, was eine ganz nette Sache war. Heute... Ich denke, wir werden heute mal ein bisschen Tainted Eden-Kram machen. Und wir werden sehen, wie es laufen wird. Vermutlich nicht allzu gut, weil es Tainted Eden ist, aber Bucket of La... Ach, Tainted Eden, was interessieren mich, die Start-Items? Spielt ja eh alles keine Rolle. Ist ja eh alles weg, sobald ich einmal getroffen werde. Ich habe Tainted Eden mit Abstand am längst gebraucht. Ich meine, bei mir fehlen jetzt alle schweren Late-Game-Bosse, was ganz nett ist. Oh mein Gott, ich habe ziemlich akzeptable Stats. Ich wollte gerade sagen, 7,2 Damage, aber der kommt daher... Was ist gerade mit den Münzen los? Die 7,2 Damage kommen eher daher, dass ich das Buch aktiviert habe, aber... So kann ich auf jeden Fall erstmal leben. Was ich an Tainted Eden absolut nicht leiden kann, ist die Tatsache, dass wenn man einmal getroffen wird, dass man dann Leben verliert, weil dann alle Items re-rolled werden. Und wir nehmen einfach das Erstbeste mit. Und es ist so oft passiert, dass man dann einfach weniger Leben hat als davor. Und ich hasse es. Ich hasse es. Außerdem von Maeve, 80 Monate! Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wenn man das Spiel beim Start crasht, ist es am besten, wenn man die Mods mal deaktiviert. Aber das ist auch immer ein bisschen nervig. So, wir wollen... Ne, will ich das überhaupt? Will ich die Eternal Heart überhaupt mitnehmen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, das Spiel ist auch super leise. Warte mal, dass ich mal eben... Den Lautstärke-Mixer gehen. Und das ist eine Spur Lauterstellen. Ja, der sieht doch schon besser aus. Das klingt auch besser. Da werde ich mal Greedia freigeschalten. Jetzt noch viele Münzen für Keeper. Oh, fucking Greedia-Mode. Ich wollte gerade sagen, Greedia-Mode ist am schlimmsten. Aber er ist nicht am schlimmsten. Aber er ist schon ziemlich schlimm. Ne, aktuell komme ich gut voran mit meinem Book of Belial, muss ich sagen. Das ist eine ganz nette Sache, soweit. Wir werden mal keine Zeit verspenden, denn an sich fehlt natürlich Hush und Delirium. Das heißt, wenn wir zu Hush kommen könnten, wäre das sehr hilfreich. Und noch eine bessere Sache. Je weniger Zeit wir in diesem Run verbringen, desto besser. Denn wir werden sowieso sterben und dann werde ich sauer sein und... Ne, 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 ne. Eternal Heart, Hellpops sind permanent und können nicht weggerollt werden. Oh, was? Ist das eine Sache? Das ist hilfreich. Was will ich machen? Was will ich versuchen? Okay, Pin und Eternal Heart sind permanent mit, ähm... Dingens, mit Tainted Eden. Ist gut zu wissen. Außer von Gary Gu, 8 Monate, Resub. Onkel Tara, 14 Monate. Von Pauli Paula, äh, Gift Sub für Chaos Legacy. Äh, viel, viel lieben Dank. Und dann Naki Strife, 16 Monate, Resub. Ähm... Äh... Wir versuchen, wir versuchen Hush. Wir versuchen Hush. Wir versuchen Hush. Und dann wird bestimmt alles gut gehen, habe ich recht. Denn beim Kampf gegen Hush ist ja noch nie was schief gegangen. Die beste Sache wäre, wenn ich direkt Hush hinbekommen würde, dann würde ich direkt noch Delirium danach machen, weil ich meine, wenn man das einert, dann kann man das andere auch nicht weglassen. Und dann sind wir ja schon am Ende. Dann sind wir ja schon so gut wie fertig. Warum lege ich die Verbindung zum Chat? Ich habe keine Framedrops. Ich glaube, es ist ja ein Twitch gerade. Okay, mein Stream ist, äh, der ist online. Okay, ich habe keine Ahnung, wann das liegt. Und auf YouTube schreiben Leute noch was. Äh, ich habe keine Ahnung. Der Twitch-Chat scheint heute ein bisschen komisch zu sein. Ich melde mich, wenn die Verbindung wieder hergestellt wurde. Verschwende nicht meine Zeit jetzt! Ich will noch Hush erwischen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Apropos. Ich habe mit Dash gehört ein bisschen. Wir haben, heute kam der Gollum-Speedrun. Okay, was ist mit dem... Was ist mit dem Twitch-Stream? Warum bin ich nicht verbunden? Äh, neu laden bitte. Das Lied auch nicht neu. Ne? Ja, aber Verbindung zum Chat wird trotzdem nicht hingestellt. Ja, ich weiß, ich habe auch auf Twitch keine Lags. Also, ich habe weder auf YouTube noch auf Twitch gerade Framedrops. Okay, ich bin wieder da. Hat ein bisschen gedauert, aber wie es aussieht, kann ich den Twitch-Chat auch wieder lesen. Das ist doch angenehm. Das ist doch angenehm. Auf jeden Fall... Hast du dich diesen Raum? Warte, lass mich den mal eben machen. Kann ich gar nicht leiden. Garstiger Raum. Ich habe keinen Schlüssel. Oh mein, ich habe keinen Schlüssel. Auf jeden Fall. Ah, ich habe mit Dash gehört ein bisschen über den Gollum-Speedrun und so. Es geht ja, er meinte, Speedrun-Spiel. Okay, das ist doch... War doch cool. Jetzt, als ob Twitch-Verbindung schon wieder... Okay, ich weiß nicht, was heute los ist, aber Twitch... Ich verbinde die ganze Zeit die Verbindung. Was ein bisschen nervig ist. Oh, ein Space-Beitem. Oh, nee. Dann haben wir darüber geschrieben und ich meinte, ja, der einzige... Ich meine... Okay, es ist gelogen zu sagen, dass es der einzige Run war, aber... Ich habe natürlich im Laufe meines Lebens nicht allzu viele Speedruns gemacht. Es war natürlich der Head-in-Time-Run, den ich für eine Woche oder so gemacht habe und danach nicht mehr. Und eine Sache, das... Oh Gott, das war knapp gerade. Das war vor inzwischen relativ genau einem Jahr tatsächlich. Oh Gott, ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Habe ich Dark Souls 3, ähm... Any% Glitchless-Run ein bisschen geübt. Ich kam auch relativ gut voran. Abyss-Watcher waren sehr grauenhaft zu erlernen in dem Run. Und ich war bei Aldrich und dann habe ich irgendwie... Keine Ahnung, ich habe irgendwie aufgehört. Weil der Run hat sehr viel... Ich meine... Er hat speziell bei den schmiederen Bosskämpfen sehr viel RNG, wie ihr euch vielleicht denken könnt, wenn ihr halbwegs mit Dark Souls 3 vertraut seid. Deswegen dachte ich mir, äh... Ich glaube, ich habe keine Lust, aber... Vielleicht hätte ich inzwischen wieder Lust. Ich habe inzwischen natürlich auch wieder versucht, den einen... Äh... No-Hit-Dark Souls-Run zu machen. Oh, was ist das? Weil ich ja dreieinhalb Stunden... Ne, das war nicht dreieinhalb Stunden. Ich glaube, das waren drei Stunden. Äh... So lange geht. Und das ist es mir viel zu lang für so einen Run. Ich mache das Konzept davon an sich. Ich glaube, ich sollte wieder den Dark Souls 3, ähm... Any% Glitches-Run auskramen. Auch gesehen, dass er von, ähm... Von Zekebrah ein neues Tutorial dazu gibt, wie man den macht. Sein damaliges Tutorial war ziemlich gut, ziemlich hilfreich. Und prinzipiell geht der Run ungefähr 50 Minuten. Das ist soweit mit meinen Anfänger-Strategien für mich durchaus machbar. Ich weiß wirklich nicht, was mit dem Twitch-Stand los ist. Es ist wirklich komisch. Und naja, ich glaube, ich würde den ganz gerne mal wieder ein bisschen üben. Ich meine, ich habe ihn ja relativ weit geübt. Das heißt, ich müsste nicht mehr komplett von vorn anfangen. Ich glaube, da hätte ich Lust drauf. Das Gefühl, Dark Souls sind so die einzigen Spiele, bei denen ich wenn dann... Au. Oh, nein. Oh, das ist alles vorbei. Das sind so die einzigen Spiele, von denen ich wenn dann einen Speedrun machen will. 3,07 Damage. Das ist ein bisschen Shit. Oh Gott. Yes! Oh mein Gott, was eine Bombe. Was eine Bombe! Wie stehen wir zu Devil Deals mit Tainted Eden? Ich glaube, die mögen wir nicht, weil Nine Lives rauskommen kann, richtig? Ich lade mal nochmal den Twitch-Chat neu. Au. Außerdem von, äh... Äh, 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 der Key. Ich, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Erfrische Mitgliedschaft. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Hat er das Problem auf Twitch-Chat dann auch? Ich denke, die haben Server-Probleme. Das ist nervig. Jetzt stimmt Streamlabs auch noch bei mir. Ich, 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 weiß nicht. Nein, Lives ist kacke. Niemals falsch. Okay, ich sehe den Twitch-Chat wieder. Okay. Können wir noch was mit Zombie? Wir haben, äh, Montag TTT aufgenommen und am Dienstag Liefel Company. Vielleicht machen wir diese Woche noch, äh, im Laufe der Woche Isaac-Koop-Modus. Jetzt die Verbindung wieder weg. Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's noch nicht. Warte mal. Ich refresh die Seite, dann sehe ich den Chat für irgendwie eine Sekunde und dann ist es direkt wieder weg. Ist ein bisschen störend. So ein ganz kleines bisschen. Tempted Eden ist nicht der schwerste oder der unspaßigste Charakter, weil man sich einfach über nichts freuen kann. Yeah, er ist, er ist sehr, er ist sehr undankbar. Okay, was ist? Verbindung zum Chat. Ich sehe wieder was. Ansonsten IRL-Chat aufmachen. Chatty oder so. Was zum Fick ist Chatty? Genau, wir wollen, wir wollen keinen Devil-Deal. Okay, ich glaube, Twitch-Chat lebt aktuell wieder. Warum sage ich sowas überhaupt so? Können wir, glaube ich, gratis in den Curse... Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit zu verlieren. Kein Stream ohne technische Probleme. Ich meine, diesmal... Weiß ich nicht mal... Diesmal glaube ich, dass es wirklich nicht an mir liegt, okay? Da bin ich mir diesmal fast sicher. Habt ihr gesehen, wie ich mich daran endet habe, dass ich das Item habe? Ganz schön gut, oder? Ganz schön mächtig, dieser Gamer. Welche Pläne, das Hobbit-Spiel für den Gamecube zu streamen? Ich habe mir das für die Xbox gekauft. Vor, keine Ahnung... Ich glaube, ich auch zwei Jahre oder so her, aber... Oh, Rotten Baby, stark. Aber ich habe es bisher noch nie gestartet. Es sollte aber relativ ähnlich sein, wie das Spiel zu Die Gefährten. Das habe ich auch mal im Stream gespielt. Das war relativ interessant. Es ist generell mal ganz interessant zu sehen, wenn man solche Adaptionen von Herr der Ringe sieht, die nicht auf Peter Jacksons Herr der Ringe-Universum basieren. Von denen gibt es nämlich gar nicht mal so viele. Wir haben natürlich noch den einen, ja, größtenteils animierten Herr der Ringe-Film. Mit dem, äh, besten Ballrock-Kampf aller Zeiten. Sag mal, könnt ihr bitte mal stehen bleiben? Quid-Chat ist übrigens wieder weg. Ich, ich weiß nicht. Ist das... Ist das aktuell eine Sache, dass irgendwie... Das ist halt wirklich nervig. Ich weiß nicht, ich werde mal schauen, ob ich den... Was, wenn ich den Chat auf, äh... Firefox aufmachen würde? Was würden wir davon halten? Ja, das lädt auch nicht. Willkommen im Chat. Ach so, jetzt paste ich das in Firefox rein und dann... Wäre ich wieder verbunden, oder was? Denn die ist wirklich nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Ist doch nur in der Zwung der D4. Nein, der ist echt unspaßig. Okay, ich, ich sehe wieder was. Ich kann, ich kann aber das, äh, Firefox nicht machen, weil ich mich dafür einloggen muss. Ich könnte mich einloggen, aber... Naja, naja, naja. Machen wir jetzt nicht. Okay, Twitch-Chat ist gerade wieder kurz am Leben. Für ganz kurze Zeit. Also, ich bin gerade ziemlich begeistert davon, Rotten Baby dabei zu haben. Damit könnten wir eventuell noch für ein paar Meter vorankommen, ohne getroffen zu werden. Warum sage ich sowas überhaupt? Was, was, was denke ich, was passiert, wenn ich sowas sage? Seht mich an, ich werde einfach nicht mehr getroffen. Äh... Oh ne, es gibt gar keinen Damage da. Ne, alles gut. Der Mini-Mash war schwer in Ordnung. Twitch-Chat scheint aktuell wieder zu funktionieren. Das ist doch ganz nett. So. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade sehr langsam unterwegs. Was überhaupt nicht gut ist bei meinem Plan. Na, dann wiederum Hatsch zu erwischt ist jetzt nicht so wild. Hatsch ist ja schließlich nicht, äh, der Boss-Rush. Bei Hatsch kann man noch einiges, äh, rausmogeln. Ich bin nur gerade den richtigen Weg nicht. Geh mal, geh mal weg. Oh, die 3,5 Damage gehen mir ein bisschen auf die Nerven. So ein ganz kleines bisschen gehen die mir auf die Nerven. Oh, ich habe, ich habe heute übrigens auch wieder ein paar, äh, so Clip-Sachen zusammengeschnitten für Mythos of Clipping. Ich habe ein paar lustige Sachen aus, äh, ein paar TTT-Runden und sowas. Sachen, die ganz lustig waren zusammengeschnitten. Das sollte ich mal dann... Ich habe schon hochgeladen. Ich muss noch Funnelies dafür machen. Wobei, wobei, wobei. Zwei waren von Diffle Company und, äh, zwei von TTT. Aber dadurch noch ein älteres von TTT, das ich irgendwie nie veröffentlicht habe. Warum sind hier nur Spacebar-Items? Das kann doch nicht sein. Problem ist, die TTT-Videos dauern noch ein bisschen, bis ich die hochladen kann, weil da ein paar Sachen von, äh, voll dabei ist, die erst in ein paar Wochen kommen. Oh Gott, Cursed Eye. Okay, alles geht. Okay. 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 Fuck. Daddy Long Legs! Daddy Long Legs! Daddy Long Legs! Fucking Spacebar-Items! Das kann doch nicht sein! Die können mir doch, die können mir doch nicht die ganze Zeit nur Spacebar-Items geben. Das kann doch nicht so weiter gehen. Die gute Sache ist, dass wir da die Long Legs haben. Der erleichtert natürlich schon mal einiges. Der gute, äh, Vater Langbein. Hier seht ihr es. Der schmettert gut rein. Okay. Star-Us-Karte. Mächtig. Wichtig. Brauchen wir jetzt vielleicht gerade im Moment noch nicht. Okay. Ich will nicht sagen, dass der Run tot ist. Aber, der Run ist schon, der Run ist schon ziemlich tot. Nein! Aber wir bleiben bei der Prayer-Card. Die können mir doch nicht die ganze Zeit nur Spacebar-Items geben. Das geht doch nicht. Ich bekomme keine Items gererollt, wenn wir so weitermachen. Wir können jetzt erstmal die Long Legs einiges machen lassen, was ganz angenehm ist. Aber es wird nicht auf ewig so weiter gehen. Das wird nicht ewig so weiter gehen. Aber ja, ich bin gerade nicht zufrieden. Ich habe das Gefühl, die Goldräume und Shops, die sind... Ich meine, sogar der Angel-Deal hat den Spacebar-Item für mich. Wie viele Spacebar-Items gibt es überhaupt im Angel-Deal? Drei oder so insgesamt. Und ich bekomme natürlich eins davon. Oh Gott. Machen wir der die Long Legs. Dankeschön. Super Secret Room. Shop brauche ich auch noch. Okay. Drück raus. Dankeschön. Nein, wir haben Zeit für den Shop. Wir haben Zeit für den Shop. Da ist er ja. Uh, mächtig. Schlüssel wäre gut gewesen, aber hier ist keiner. Wir nehmen trotzdem eine Goldkiste mit. Yes. Yes. Wir sind im Spiel. Wir sind zurück im Spiel. Wir sind zurück im Spiel. Der ist jetzt natürlich ein bisschen nervig an der keine Zeit verschwendenden Front. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Daddy Long Legs, bitte. Nein, das ist der Falsche. Oh, Daddy Long Legs Timing ist halt genau so, dass ihn nicht erwischt. Oh mein fucking Gott, das gibt es doch nicht. Es gibt es doch nicht. Wie kann das Timing so off sein? Dankeschön. So, noch ein Passive. Und weiter geht's. Auf was geht's? So Boss Rush slash Hush. Äh, Boss Rush, wenn ich mich rauswoppen kann, ansonsten Hush und Delirium wäre mein Ziel. Das wäre eine ganz nette Sache. So, Daddy Long Legs noch mal. Fuck. Holy Mantle? Holy Mantle. Okay. Oh Gott, und Nierensteine gerade. Holy Mantle und guten Damage. Stopwatch ebenfalls. Piles? Nein, das war kein Holy Mantle, das war das Trinket. Fuck. Fuck. Das wäre so ein guter Bild für Delirium. Das wäre so ein guter Bild für Delirium, wisst ihr das? Aber es war kein Holy Mantle. Ah, wir haben die Stopwatch. Wir haben die Stopwatch und guten Damage. Komm schon. Lass mich doch jetzt nicht im Stich. Komm mal weg. Nein! Gute Neuigkeit, meine Geschwindigkeit wurde verringert. Damage up. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Raum hier gerade. Lucky Penny. Okay. Komm, wir schmettern hier noch ein paar Bomben hin. Und dann bekommen wir nichts. Das ist okay. Mehr habe ich auch nicht verdient. Oh, das ist wieder Tag Zero. Das ist... Äh, oder Tag X. Was war denn das? Von beiden. Oh, das ist so gut. Ich kann zur Seite zielen. Mikropolis 1. Keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit zu verlieren. Ja, das war abzusehen. Aber das ist auch gut. Wir bekommen gerade gute Items raus. Aus irgendwelchen Gründen. Ah, Shop wäre ganz nett, aber keine Zeit zu verlieren. Tagpoint 5. Genau, Tagpoint 5. Äh, bisher ist in diesem Stream noch nichts passiert. Das ist der erste Run, den wir machen. Bisher gab es auch nichts zu verpassen. So, ich hatte jetzt Glück, dass ich jedes Mal mindestens ein gutes Item bekommen habe. Und dass ich gerade nicht in die Blutspur gelaufen bin. Das war auch sehr viel Glück. Also, mal schauen. Secret Room ist da oben. Es ist nur gerade... Es ist nur gerade fortgeschritten anstrengend. Oh Mann, ich habe Cricket's Head gerade. Ich weiß nicht, was anstrengend war. Irgendwas. Ah ja, dass ich keinen Schlüssel habe. Kann ich einen Schlüssel haben, bitte? Ach, geh doch auf. Die Hüfte im Gegner. Ich kann mit denen nicht umgehen. Hör doch auf. Ach... Angel die Chance ruiniert an dem Punkt. Boss Rush an sich noch machbar. Karte lasse ich legen, weil wenn ich sie dabei habe und getroffen werde, wird sie re-rolled. Und mit Boss Rush schaffe meine ich, ich will... Wenn ich mich nicht rauswoppen kann, gehe ich nicht rein. Sofern ich schnell genug bin. Ich weiß gerade gar nicht, was mein Spacebar-Item ist. Deswegen ignorieren wir es mal einfach. Kann ich einen Schlüssel haben, bitte? Stark, stark. Secret Room Pool. Ich komme da nicht ran. Da komme ich ran. Hier haben wir meine letzte Bombe verschwenden. Schlüssel, wichtig. Wichtig, wichtig. Okay, ich verliere mir die ganze Zeit die Verbindung zum Twitch-Chat, aber... Crickets Body. Vorhin hatten wir Crickets Head. Crickets Body mit den Augen ist doch bestimmt super cool. Ach. Oh, das sind so interessante Kombinationen, die ich alle nicht behalten kann. Was soll das denn? Schau euch das an. Schau euch das an, wie Potenzial das hier gerade hätte. Wir können nichts davon behalten. Nichts davon können wir behalten. So. Der Shop. Will ich in den Shop rein, der ist gefährlich, weil wahrscheinlich der Greed drin ist, aber... Wir sind trotzdem greedy, wir gehen rein. Yep. Komplett überraschend. Eine komplett überraschende Wendung ist das. So, mir fällt gerade auf, wenn ich eventuell noch die Möglichkeit haben möchte, den Boss Rush mitzunehmen. Also das Boss Rush Item, meine ich. Muss ich die Karte jetzt mitnehmen. Damit nicht mehr wirklich eine Option. Ich glaube, da oben komme ich nicht zum Boss, aber ich will auch nicht den großen Raum machen. Deswegen gehe ich mal hier entlang. Was hier rausstellt, ist dieser Raum ebenfalls sehr nervig. Ja, fuck. Ich wünschte, es wäre nicht passiert. Wisst ihr das? Schon. Ich habe nicht mal eine Bombe. Okay, Boss Rush ist nicht mehr drin. Versuchen wir trotzdem nicht getroffen zu werden. Das wäre doch ein netter Kompromiss. Ja, nee. Nee, Boss Rush ist ganz knapp. Ganz knapp verkackt. Also okay, wenn ich getroffen werde, wird aus der Foolkarte vielleicht irgendwann mal was Hilfreiches. Kricket's Head. Der gibt ein Damage ab. Nein! Warum wurde ich getroffen? Cool question, Mark. Ach, fuck. Das will ich nicht. Doch, warte. Das will ich. Polaroid will mir nichts bringen. Nee, wir nehmen negativ mit. Ich habe zu viele rote Herzen dafür. Aber warte, was habe ich gerade für Items gesehen? Da war nicht nur Polyphemus, da ist noch was anderes. Oh mein Gott. Was ist dieser Bild gerade? Oh mein Gott. Das darf ich nur nicht getroffen werden. Ganz einfach. Das darf ich nur nie wieder getroffen werden. Und wir haben keine Probleme. Läuft ja gut soweit, läuft ja gut soweit. Ich habe ihn wohl nicht getroffen. Ich wünsche wirklich, ich würde ein Herzen bekommen. Dankeschön. Außerdem, was habe ich alles verpasst? Rasex, willkommen. Außerdem von Nanook, frischer Sub. Sascha, 21 Monate, resub. Kim, practical, frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Tut mir leid, wenn ich etwas übersehen habe. Aber der Chat ist heute ein bisschen... Er lädt die ganze Zeit nicht richtig. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Puh, soweit, so gut. So, ich würde sagen, ich sollte relativ geschmeidig zu harsch kommen jetzt. Oh mein Gott, wir haben sogar dieses Ding ins Baby. Ich sollte relativ gut zu harsch auf jeden Fall rüberkommen, ohne zu viele Probleme. Ich glaube, ich behalte wieder meine Karte, ehrlich. Oder? Ne, warte, das Zeug wird eh alles re-rollt, wenn ich... Ne, wir behalten die Karte, wir behalten die Karte. Ist besser, als eine Pille dabei zu haben, warum mächtig. Ah, ich möchte keinen Rottenheart haben, falls jemand fragt. Das Problem ist ja, ich habe der Ebene, wenn ich mit dem Rottenheart getroffen werde. Dann! Oh Gott. Ah, da verliere ich direkt zwei Herzen und es ist nicht wirklich wert. Kann ich mir nicht leisten, sowas. Mit diesem Charakter. Knappe Nummer! Komm, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nein, warte, ich brauche Schlüssel für... Oh, ich brauche Schlüssel für harsch. Wir brauchen bei harsch Schlüssel, das ist das Wichtigste. Darf ich nicht vergessen. Okay. Spacebar-Item. Spacebar-Item für mich. Schön. Schön, 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 schön. Aber ein besseres Spacebar-Item, also. Wir nehmen den Heiligen Gral. Dankeschön. Ich habe nur eine Bombe. Aber, 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 aber... Keine Ahnung, was die gemacht hat. Shit. Ich muss aufhören, die Schlüssel zu verschwenden. Soulheart. Wichtig, 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 wichtig. Nicht ganz so wichtig. Aber okay, aber okay, aber okay, aber okay, okay. Secret Room habe ich nicht wirklich die Bombe, um danach zu suchen. Wir gehen weiter. Komm, ein paar Herzen in den Chat gedroppt für später, äh, eventuell. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Was sehen meine Augen da, einen starken Run? Nein, nein, das ist das Problem ist, wir sind Tainted Lost. Der Run ist, es Eintreffer davon entfernt, komplett unterzugehen. Außerdem von Novum, drei Monate Reset von Janfing, sieben Monate und von Tedzor, 23 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Der Gral hat deinen Gaul ruiniert. Das ergibt gar keinen Sinn, glaube ich. Ich glaube, der Gral hat nichts mit dem Gaul zu tun. Hermit Karte? Krieg ich mich warpen? Äh. Bonus Item. Ich glaube, das Bonus Item, Dankeschön. Doch, davor war der Gaul noch... Warum ist der Gaul jetzt nicht mehr nützlich? Weil ich jetzt generell fliegen kann? Ich meine, der Gaul ist auch jetzt noch hilf... Den Gaul... Also bei Hersch werde ich den Gaul einsetzen. Ich werde den bei Hersch einsetzen und wird Schaden machen. Im Gegensatz zu dem Jakkart. Das wäre nämlich nur Müll gewesen. Dementsprechend denke ich, dass er... Der kommt schon wieder. Ich habe zu wenig Schlüssel gerade. Ich denke, der Gaul ist trotzdem noch die bessere Entscheidung. Schlüssel. Chariot, Tankman... Ja, was auch immer. Ich denke, ich springe den Automaten da drüben nochmal eben weg. Reicht das? Das reicht. Wirklich nicht viele Schlüssel für mich gerade. Als ob du hier mal Space drückst. Ne, im Kampf gegen Hersch hat man eine Menge Zeit. Dann wiederum ist halt die Frage. Will man es überhaupt schon so schnell drücken oder würde man nicht lieber... ...dorauf warten, dass man irgendein Space-by-Item bekommt? Jetzt habe ich Angst. Okay, dass man ein Space-by-Item bekommt, das wirklich was bringt. Ich will wahrscheinlich den Gaul einsetzen. Mal schauen, mal schauen. Tinted Rock gerade eben. Ey, ich düse gleich zurück. Oben links. War mehr am unteren Ende des Raums. Aber links. So. Dann... Na, ich sollte die Bomben auch noch aufheben. Okay. Los geht's. Die Augen sind ein Problem. Die Augen sind ein Problem. Die Augen sind ein Problem. Oh mein Gott. Kannst du bitte... Lieb gut. Lieb gut. Weiter geht's. Nicht lang schnacken. Will schon erst in den Shop. Ach ja, ich krieg was gratis. Nehmen wir. Queen of Hearts nehmen wir. Nehmen wir absolut mit. Lack ab. Warum nicht? Ne, in dem Punkt kann ich ja auch noch. Ne, vielleicht haben wir Money Quills Power noch da irgendwo oder so. 15% Chance, Kugeln zu... Abzuwendenken. Yeah. Yeah. Find ich gut. Oh. Das ist so ein guter Bild. Wollt ihr mich verarschen? Weiß nicht, ob ich mit Isaacs Heart eventuell was hätte machen können. Im Kampf gegen Hascha. Ich denke, spielt's auch keine Rolle mehr. Die Orbit geht dann nicht um mich herum, oder? Die Orbit bringen mir alle nicht so viel. Okay. Will ich noch... Will ich noch ein... Was war der Begriff? Komm schon, Lack ab. Kein Lack ab. Will ich noch so einen Shitraum mitnehmen? In Crawl Space. Ich glaube, wir wollen auch einen Crawl Space mitnehmen. Das ist, wenn ich die Bomben richtig lege, was gar nicht der Fall ist. Äh. Und... Kein Crawl Space für mich. Okay. Ich geh rein. Ich leg Queen of Hearts. Und dann... Wünsch mir Glück. Wünsch mir Glück. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Dann kann einem ja schon mal ganz schwummrig werden, wenn man das sieht. Feuer bitte. Ich wünsche, ich hätte einen Luck abbekommen. Hervorragender Damage soweit. Hervorragender Damage. Wenn ich in der Bredouille bin, muss ich mein Pferdchen einsetzen. Darf ich auch nicht vergessen. Pauli fliegen loswerden. Kein Problem. Kein Ding für einen King, müsst ihr wissen. Mach bumm. Äh. Oh oh. Okay. An dem Punkt können wir nicht viel machen, außer uns darüber freuen, dass irgendwas gerade abgewehrt hat. Ich weiß nicht, ob es die Rippe war oder die Metallplatte, aber mein Gott. Was für ein Lebensretter. Wir bleiben hier stehen. Wir bleiben hier stehen. Äh, wir bleiben nicht stehen. 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 Fuck. Oh, was ist... Secreter. Nein! Okay, jetzt wird es gefährlich. Oh mein Gott, wir haben es geschafft Habt ihr eigentlich gesehen, was ich gerade Was ich jetzt gerade zuletzt für ein Item Bekommen habe Wisst ihr, was da Fast hätte passieren können Huiuiuiuiuiui Curseye wird mir direkt reingedrückt Okay, das war fantastisch Weiter geht's Weiter geht's Ne, du hast die Black Candle Oh ja, ich hab die Black Candle Die legendäre Kombination Stimmt Dankeschön Sci-Fly Sci-Fly, Box of Spiders Tech X, Holy Mantle Freunde Freunde, 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 Freunde Wir sind im Spiel Ich denke, das ist der Build Ich denke, das ist er Wenn das nicht unser Build wird Dann weiß ich auch nicht mehr weiter An dem Punkt Dann weiß ich nicht, ob mir noch zu helfen ist Ehrlich gesagt Und diesmal ist er echt der Holy Mantle Und nicht nur so ein fucking Trinket Oh mein Gott Ich sehe gerade noch was ganz anderes Das beste Item der Welt Ein passives Item Das sie auch gleich Active Item nennen könnten Weil es so aktives Gameplay fordert Der Run-Winner Fuck Oh Nehm mir nicht meinen Run-Winner Mein Damage ist halt echt Müll Daran müssen wir ein bisschen arbeiten Erstes Mal, dass ich den Raum gesehen habe Ja, mit Haunt und Nord Lief, wäre halt Wäre Delirium wirklich machbar Gott, mein Damage ist so Müll Unglaublich Ja, war aber ein guter Raum Broken Remote Trinket Äh, aufnehmen Weil du da in den Boss-Räumen gucken kannst Ich dachte, er werde ich weggebobbt Wenn ich ein Item verwende Kann ich da Warum kann ich Damit kann ich doch nicht Ach, du meinst Dass wenn ich das Item verwende Dass ich mich dann rausworfe Aber wenn ich die Spinnen so einsetze Dann Ne, nehm es mit Kann ich mir keine Spinnen an mir jetzt machen Aber ich denke, das ist es trotzdem wert Sollte es trotzdem wert sein Und nicht getroffen werden Oh ja, wenn ich einmal getroffen werde Kann ich auch direkt nicht rausworfen Im Idealfall So, ich darf es nur jetzt nicht random einsetzen Sonst könnten wir nämlich eventuell bei Delirium landen Und das wäre eher unangenehm Komm raus Wenn du mich traust Ja, das Oh Gott Tinted Rock Ich heiße es übrigens, wenn das passiert Das macht mir mal ein bisschen Angst Ja, das ist gerade Sehr schwach Aber wir kriegen auch noch ein paar Items Small Rock Seht ihr? Hast du Hasch geschafft? War kurz weg Oh ja Ich habe Hasch ja so dermaß geschafft Bist du was? Da will ich nicht rein Oh Gott Geht mal weg Da will ich nicht reingehen Da haben wir ihn da rum Wenn Hasch drin ist Das dauert länger als ich gedacht hätte Muss ich gestehen Okay Das dauert sehr viel länger als ich gedacht hätte Gegen Delirium ist die Sache aber ein bisschen anders Denn bei Delirium Müsste ja Schaden höher sein Weil Delirium ja Hyper Armor hat Ich habe auch das Gefühl Ich habe auch das Gefühl, dass Oh Blue Baby, du voll Idiot Ich habe auch das Gefühl, dass Eventuell Lil Horned auch unter dem Minimum Damage sein könnte Beziehungsweise zu wenig Damage macht Um durch die HP jemals vernünftig runter zu kriegen Ich glaube, dass Nordleaf ist aktuell keine Option für uns Befürchtet Lil Horned ist nicht stark genug dafür Sieht so aus, ob es nicht versucht Oh Gott Geh mal weg Aber die Tatsache, dass Lil Horned die Gegner Scared Das ist hilfreich Gegen Delirium Wenn er vielleicht ein bisschen weniger Mich reinbäscht Ich glaube, ich sollte auch schnell abfeuern Mit meinem Tech-X Muss ich immer jedes Mal ganz aufladen Verliere ich Transformationen verliere ich Als Ja doch, ich verliere Transformationen, glaube ich Verliere ich HP-Ups Packed wäre wahrscheinlich sinnvoll, weil ich einfach dann eine höhere Feuerrate habe Ne, warte mal, eine Feuerrate geht gar nicht höher Packed wäre überhaupt nicht sinnvoll Bist eh fast voll hier aktuell, aber ich getroffen werde nicht mehr Normale HP-Ups sollst du verlieren? Okay Ja, komm, nehmen wir Packed und holen ein schwarzes Herz Der Feuerrate wird nicht mehr höher Okay Ja, ich muss wirklich spammen mit Tech-X Dann läuft das Ganze auch wesentlich besser Ich meine Äh Lunch hätte mir tatsächlich, glaube ich, sogar mehr Damage gegeben Fällt mir gerade auf Ich habe ja, ähm Binge-Eater Ich glaube, Lunch hätte mehr Damage gegeben Aber das schwarze Herz ist auch nicht verkehrt Das schwarze Herz verliere ich nämlich nicht einfach so Das ist nur nach einem Treffer einfach so weg Was aufs Gleiche hinausläuft Uh Tut mir leid, wir müssen kurz ein bisschen Äh Wir müssen den Red Key Ah Nutzen Äh, den Glass Key Denn wir sollten hier eine Menge Red Rooms rausbekommen können Oh mein fucking Gott Oh Gott, was ist dieser Brimstone? Das war so ein Rainbow Champion Das hätte ich machen sollen Oh nein Wie schafft man es eigentlich, dieses Item zu verkacken? Gott, Hungry Tears sind so eine Scheiße Wenn ich irgendwo einen Tinted Rock, den ich aus irgendwelchen Gründen ignoriert habe Oder ich mir den eingehe Habe ich den geträumt? Oder bin ich erträumt? Wir erinnern uns, dass dieses, äh Dass die Karte da liegt, okay? Wir erinnern uns daran, dass diese Karte da liegt Denn ich glaube, die wird ziemlich hilfreich sein Eternal Heart Sollte ich auch nicht verlieren Ach, kommt schon Ich hasse diesen Bild hier gerade, wisst ihr das? Okay, er ist weg Alles gut Strohhalm 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 Ich wiederhole Strohhalm Strohhalm Ich habe gerade Schaden genommen, aber Ich habe Schaden genommen, aber wurde nicht re-rolled Ist das gerade passiert, oder habe ich das, habe ich was falsch verstanden? Habe ich das falsch verstanden, oder? Ich habe hier den Stil gerade Nehmen wir doch mal die Pille mit Wahnsinn Ach, Sharp Plug war das gerade Habe ich meinen Schaden gemacht mit Sharp Plug? Bin ich auch nicht gut, glaube ich Wir müssen auch die Pille mitnehmen, falls sie gut ist Range up Ich meine Nicht wirklich gut, aber Naja Naja Ich finde es ganz gut, dass meine Feuerrate soweit ausgemerkt bleibt Außer von Äh Alphison Son Acht Monate Resub Und von Rudikaccio Drei Monate Auch dafür Vielen, vielen lieben Dank Wenn sich Delirium mit Lairi verbandelt, ist der Strohhalm noch besser Oh mein Gott, ja, der wäre dann so gut Das Problem ist natürlich, ich muss relativ lange überleben, damit der Strohhalm wirklich zum Einsatz kommt Ich glaube, Strohhalm macht mit jedem Einsatz Das haben wir beim letzten Mal gelernt 10% der HP vom Gegner weg War das die Menge? Und damit sollte er super stark gegen die großen Bosse sein Naja, Secret Room, an den habe ich mich hier auch gerade erinnert War Müll, wie üblich Äh Was? Was ist das, was hat mich erwischt? Stopwatch ist gut Warte mal Okay, ich wollte gerade, ne, ich wollte gerade fragen Ähm Aber das ist wahrscheinlich zu spezifisch Wollte gerade sagen, wenn ich Die Stopwatch, wenn sie aktiviert wird Während ich dann in der Boss Arena Gegen Delirium drin bin Wenn ich dann Schaden nehme Bleibt dann trotzdem der Stopwatch-Effekt aktiv Ich glaube, das ist eine zu spezifische Situation Als dass jemand eine Antwort darauf hat Vermutlich, ja, keine Ahnung, keine Ahnung Ich glaube, ja Vom Boss ist Sigil Die gibt ihr uns Verwundbarkeit Oh, wir haben sogar Okay Wir schauen rein, ob da eventuell Delirium ist Wir haben die Stopwatch gerade Das ist es wert, glaube ich Was war das Sigil? Kling an Enemy Max Isaac Oh, ja Was ist mein Spacebar-Item? Ne, wir können nicht ein halbes Herz entfernen Okay, los geht's Ah, ja, gut geklappt Hat ja super geklappt Naja Vielleicht hätten wir immer noch Unser Spacebar-Item aufgeladen Conjoined Ich nehme viel zu viel Schaden Alles okay Wahrscheinlich, dass wir vielleicht Irgendwann ein Bild bekommen Der super broken ist Ist Delirium eigentlich gerade Noch langsam Delirium ist noch langsam, oder? Sind wir gerade sehr schwer einzuschätzen Aber ich glaube, er ist noch langsam Oh Gott Yes Holy Mantle Holy, Holy Mantle Der Fuß ist am schlimmsten hier Keine Explosion jetzt gerade mehr Fuck Schwarzes Herz Schwarzes Herz Schwarzes Herz Schwarzes Herz Ach, komm schon Nein, was mache ich hier? Oh, hat das nicht getroffen Ich habe Dads Ring Nein Ich mache keinen Schaden, aber ich nehme enormen Schaden Da liegt eine Stars-Karte irgendwo Stars-Question-Mark Warum habe ich das genommen, dass es mich nicht aufheilt? Das hält mich auf! Ich habe keine Ahnung Ich habe schon Herz Wichtig Schon Ich habe keine Ahnung, wo meine Hitbox ist An dem Punkt Ich glaube, ich habe viel Verteidigung Ich, ich, ich habe keine Ahnung Bisschen Geld Katsching Ich mache Warum mache ich keinen Schaden? Oh mein Gott Edens Blessing Ich liebe es, dass egal, was ich bekomme Das einfach nie Schaden macht Was ist das? Am meisten liebe ich es aber, dass ich ständig Herzen zurückbekomme Aus irgendwelchen Gründen Komm schon, Holy Water Holy Water, bitte Holy Water, bitte Yes 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 Nein Yeah C-Section Nein Mom's Knife Okay Okay, wir sind Ich habe eine Wiederbelebung Was passiert mit der Wiederbelebung? Wird die, wird die verwendet, wenn ich getroffen werde oder Das ist die Priorität gerade Ich will es nicht herausfinden, ich werde einfach nicht getroffen Machen wir es einfach so Wiederbelebung, Wiederbelebung, Wiederbelebung Gut Okay, können wir, können wir mal darüber reden, dass das Ich habe das Gefühl, mein Damage war die ganze Zeit über komplette Scheiße Ich wurde eh zu Lazarus jetzt Warum habe ich die ganze Zeit über null Schaden gemacht gegen diesen Boss? Ich meine, ich weiß, dass Boss armer ist, aber Das war trotzdem so scheiße Also es war halt wirklich so schwach die ganze Zeit über Ich habe mit keinem Bild jemals Schaden gemacht Naja Machen wir mal weiter Ich meine, wir haben Wir haben Hush geschafft, was nicht übel ist Frage ist, will ich weiter Delirium versuchen oder will ich woanders hin? Ich habe keine Ahnung Ich glaube, ich werde weiter Delirium versuchen wollen, ehrlich gesagt Scheinbar, äh Dem Punkt würde ich ihn ganz gerne down bekommen Jetzt wieder zurück zu null Wir sind wieder tot Äh, ich bin generell tot Also yeah Will ich jemand von euch vielleicht sterben? Heißt du, gehst wieder auf Hush? Ja 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 Ich meine, ich muss ja im Grunde Ich will nicht wirklich anfangen Und jetzt irgendeine Überschaubare Chance zu haben Zu Delirium zu kommen Und noch mehr Tainted Eden Runs Als nötig zu machen Da habe ich halt gar keine Lust drauf Warum ist da die Bibel? Ey, warte Ich glaube, die Bibel ist ja sogar ein normales Shop-Item, oder? Ich glaube, die kann man als normales Shop-Item sogar bekommen Das passiert nur nicht so oft Mega-Satan Angel Room ist auch gut Da muss ich aber Mega-Satan Ich will ja auch Ich will als Tainted Eden auch nicht gegen Mega-Satan kämpfen, ehrlich gesagt Das will ich auch nicht als mein Ziel haben Vor allem, wenn ich dann den fucking Mega-Satan-Kampf geschafft habe Dass dann erstmal noch losgeht zu Delirium Ich weiß nicht Damit auch, warum man hätte Hm Die Kisten in der Chess werden auch nicht verkehrt Das Problem ist, nach Mega-Satan ist halt nur 50% Wahrscheinlichkeit Zu Delirium zu kommen Hm Und probiere ich jetzt Mother und hoffst auf den Sacrifice-Room Warum? Ich meine, mir fehlt Mother noch generell Warum würde ich dann Sacrifice-Room für irgendwas brauchen? Ich meine, ich könnte mit dem dann zum Darkroom theoretisch, aber Naja, ich weiß nicht Aber ich muss sagen Wir bekamen vorhin einige gute Builds Ich würde sagen, der Run lief gut Bis wir zu Delirium kamen Und ab dem Punkt lief wir ein bisschen scheiße Aber davor Schwer in Ordnung Schwer in Ordnung So Old Bandage Ja, was auch immer Was auch immer Gehen wir einfach weiter Tentedine macht halt immer nur in Late-Game Spaß Nein, ich finde Tentedine im Late-Game noch so viel schlimmer Meides Touch Nicht zu verkehrt Vor allem der Eternity Nee, Eternity Six wäre super Schwachsinn Mit dem Charakter zu verwenden Oh Gott, ich bin so langsam Ja Das wollte ich sagen Ich bin sehr langsam Aber Gutes Item, um den Boss zu bekämpfen Komm schon Die werden jedes Mal zu Angel Du kannst die Item-Poles Der Rollsman polieren Indem du so viele Items wie möglich Auf der Ebene anguckst Aber nicht mitnimmst Dann gehst du In Angel-Slavid Und sammelst die gesehenen ein Ich 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 weiß nicht Was das Also Ich habe keine Ahnung Was genau du damit meinst Aber prinzipiell Die Items die man nur gesehen hat Die bleiben Im Item-Pool Aber Wissen nicht wo genau Ich die Einsammeln dann sollte Markt Ist auch ziemlich gut Nee, Moment Ist überhaupt nicht gut Ich hasse Markt Ich hasse diese Item Ich dachte das wäre das Wo man Mir Schaden macht Wenn man öfter nacheinander trifft Aber es war gar nicht Eternity Six Was ich hatte Das war nicht Mit der Eternity Six Ja noch peinlicher Zwei Schlüssel Mächtig Bullseye war das Was ich meinte Natürlich Natürlich Herz brauchen wir nicht Tindrox Ich auch kein Wir gehen weiter Wir gehen weiter Wir gehen weiter Wir gehen weiter Das war gerade ein bisschen nervig Ich mag das generell gerade ein bisschen nervig Ich wollte gerade sagen Ich wünsche Foss Ich hätte es nicht mitgenommen Aber das ist eine Lüge Bonus-Item ist ein Bonus-Item Mit der Entity Eden Kein Devil-Deal zum Skippen Kein Devil-Deal zum Skippen Für mich Möchte ich in den Shop reinschauen Ich denke schon Also er meint Dass man die Items ansehen kann Ich mitnimmte aber Nach dem Angel-Devil-Deal Die Items einsammelt Und die zum Devil-Deal-Deal Item werden Beim Rerollen Ja aber dann Müsste ich die ja erst In den Raum reinbringen Kannst alle Items an der Ebene Bei jedem Reroll Zum Beispiel Devil-Deal-Items Werden lassen Wenn du die nur anguckst Nicht mitnimmst Nachdem du Devil-Deal warst Somit genommen Items Ich habe keine Ahnung Ich weiß nicht ganz wie Ich habe das Gefühl Da gehört irgendwie noch mehr Zeug dazu Um das zu machen Komm wir sprengen ein bisschen Geld raus Wir haben vorhin so viel Eingezahlt Hermit Secret Room Vielleicht noch Secret Room Vielleicht noch Habe ich gefragt Hier drüben Dann hier unten Mit der STRG kannst du Automatisches Schießen Abbrechen Na ich bin noch Zwischen-Controller-Spieler Ich glaube da Bricht man es mit L2 Ab oder so Aber Das hauptsächlich Nervige daran Ist das Schießen Generell Außer von Ayuran Acht Monate Restock Lieben Dank Also ich weiß nicht Wie ihr das gerade Seht Aber Wir haben ja gerade Eine große Menge An Shop Items Aufgetrieben Große Menge Von Shop Items Dark Bomb Wollte ich dann sagen Trotzdem ist mein Damage Scheiße Aber Er ist okay Er ist okay Könnte besser sein Könnte aber auch schlechter sein Ich lasse mal das hier so ein bisschen auf damit ich die Zeit sehen kann. Das wäre ganz hilfreich. Oh Gott. Warum sind hier Stach in der Mitte? Ach, komm schon. Was ist das? Ach, Tanz. Ernsthaft, warum ist hier Stach in der Mitte? Oh Gott. Aber Chaos? Chaos wäre interessant, aber ich weiß nicht, wie ich das hier überleben soll. Ich weiß nicht, wie ich diesen Bild überstehen soll. Befürchte ich. Oh Gott. Verzeihung? Hä? Warum mache ich die ganze Dippekeck gegen den? Fuck. Hätte ich wahrscheinlich mehr aus der Ebene machen können, aber naja, was soll's. Gehen wir einfach weiter. Bin ihr gleich tot. Ich bin doch eh gleich tot. Oh. Oh, ich hab den Glass Key. Goldraum für umsonst. Dann nehmen wir noch ein bisschen Geld. Wirklich nur ein bisschen Geld mit. Ist der mega? Fünf Bomben. Nicht verkehrt. Der alte Shop. Gehört. Spider-Mod. Kann ich mir aber nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Ich mach mir ein bisschen Sorgen um meine Herzen gerade. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber sieht lebenstechnisch gerade ein bisschen ungut für mich aus. Ich versteh's natürlich, wenn euch das bisher entgangen ist. Fuck. 2020? Nee. Kann ich da ran? Da kann ich ran. Chaos Card. Oh. Ich seh gerade, ich hab das beste Item bekommen. Das beste Item im Spiel. So, wir werden mal eben ein paar Hertz mitnehmen. Wie viel Schaden mach ich gerade? 3,7. Ich befürchte, es ist nicht ausreichend, aber bei dener Box carried ungemein. Der Run ist arsch langsam. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mit diesem Run jemals Hasch erwischen soll. Ich hab an sich okay viele Items, aber sind trotzdem alle langsam. Beziehungsweise, der ganze Run ist ja langsam trotzdem. Ich hab auch keine Items aus den guten Pools, muss man dazu sagen. Das sind alles nur Müll-Items. Du lebst noch. Ach. Okay. Nicht lang schnacken. Weiter geht's. Ja, ich hab die Keras Card direkt beim nächsten Boss verwendet. Es würde nämlich nicht passieren, dass ich die noch bis zu irgendeinem der problematischen Bosse tatsächlich behalten werde. Also dachte ich mir, hier, Gertie Junior. Ein Gertie Junior weniger ist auf jeden Fall gut für mich. Ich mein, Nordleaf bringt mir zum aktuellen Zeitpunkt gar nichts. Muss man fairerweise sagen. Man braucht schon irgendwas, das ohne einen angreifen kann. Sonst ist Nordleaf eher ein bisschen ungünstig. Und aktuell Snortleaf sehr ung... Oh, fuck. Egal, 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 egal. Wir haben Rotten Baby. Und die Cap Attack! Wahnsinn. Drei Damage aber nur. Ist das eine XL-Ebene? Was ist mit der Ebene hier gerade? Warum ist die so riesig? Nee, einfach nur normal als Nekropolis, okay? Jo, gib mir mal ein bisschen Geld, Jungs. Ach, Gott. Oh, ich bekomme keine Deals in diesem Run. Und... Verzeihung? Äh... Warte, was passiert jetzt? Ach, warum bin ich so schwach? Warum bin ich die ganze Zeit so schwach? Das kann doch nicht sein. Oh, das ist eine gute... Das ist eine klassische Rebirth-Kombo hier gerade. Dachte ich zumindest. Aber ich lag falsch. 2,8 Damage! Weil es liegt an 2020, muss man fairerweise sagen, aber... Oh mein fucking Gott. Weil es senkt 2020 den Damage überhaupt? Ich weiß gar nicht. Was ist mein Spacebar-Item? Wenn ich wahrscheinlich beim Boss einsetzen. Äh... Sieh nicht gut aus für diesen Run. Sieh nicht gut aus für diesen Run. Weil vielleicht kann die Bombe noch ein kleines Wunder bewirken. Das ist soweit noch meine Hoffnung. Ich habe auch das Gefühl, dass die Ebene nicht so groß sein sollte hier gerade. Möchte ich auch noch mal den Raum werfen. Das ist eine sehr große Ebene. Ach, Mund auf. Fuck! Fuck! Alle Items, die ich bekommen sind scheiße! Warum sind alle Items nicht herausregend schlecht? Ich kann mal, dass die Bombe machen wird. Wie beim Boss einsetzen. Was ist dieser Damage? Oh mein fucking Gott. Okay, ist weniger als Space Damage. Was, was warte ich überhaupt? Weniges kriegen wir die Poste ziemlich effizient down. Dagegen kann man nichts sagen. Hey, das Bomben-Icon war größer. Das war, weil ich da noch so eine Special-Bombe gequeet hatte. Ach, komm schon. Das war vielleicht zum Teil auch meine Schuld. Zum Teil. Aber größtenteils nicht. Größtenteils würde ich schon sagen, dass das Spiel schuld war. Oh, da rechts wäre noch so ein Säckchen gewesen. Naja. Ach, Trinket. Okay! Na, dann lass mich noch die Schädel weg sprengen und dann hau ich ab. Wahnsinn. Gut, dann jetzt wird bestimmt alles besser. Jetzt wird bestimmt alles besser. Yep. Ich meine, ich glaube, es ist ein bisschen besser als davor, aber ich weiß nicht. War da ein Tinted oder war ein Tintedro? Das haben wir doch nicht eingebildet. Ja, ich glaube, ich habe bisher auch noch nicht einen Deal bekommen in diesem Run. An sich gibt es natürlich keinen Grund mehr, diesen Run fortzusetzen, aber es ist ja noch alles machbar. Es ist noch alles machbar, Freunde. Wahnsinn. Ich denke, ich werde auch eher versuchen, Richtung The Beast zu gehen vielleicht. Oder? Was wollt ihr sagen? Soll ich weiterhin einen Hush versuchen? Ich meine, Hush ist auch noch absolut drin. Oder wollen wir schauen, ob der, ob das alte Biest eventuell was für uns hat. Fehlt mir halt beides noch. Yes. Dem Run ist hauptsächlich das Problem, dass ich keine HP und keine Deal... Ich habe einige Probleme in diesem Run. Ich wollte jetzt gerade darauf runterbrechen, dass ich nur ein großes Problem habe, aber da sind mehrere. Wir haben bessere Curse Rooms. Aber ich kann es mir nicht leisten, reinzugehen. Ich mag es, dass das hier gerade der beste Build ist, den wir bisher hatten in diesem Run. Conjoined. Und schon geht mein Damage wieder dahin. Das ist echt katastrophaler Damage. Mein Gott. Und damit meine ich leider nicht katastrophal gut. Oh Gott. tiny planet. Tiny planet. Natürlich ist es tiny planet. Ich mag den Build eigentlich gerade, ehrlich gesagt. Ich wünsche, ich könnte die Tränen mit durch den Raum mitnehmen, aber kann ich alles haben. Restock. Ah, kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir vielleicht leisten. Ist was für mich. Was ein Geizhals. Seagru mehr rechts drüben, vielleicht. Was ein Geizhals. Geizhals. Okay. Wieder mal ein bisschen zu langsam für Boss Rush. Aber das ist jetzt erstmal nicht die größte Überraschung. Was ist gerade diese... Was ist gerade dieser Build? Okay. Wir haben was. 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 Und noch BFF. Das Problem ist nur, ich muss irgendwie überleben. Halfdown. C-Section. Vielleicht. Warum war Bloody Puppy jetzt schon aggro? Hä? Ich war doch gerade erst im Raum und hat Bloody Puppy mich jetzt angegriffen. Was ist das? Oh, er holst jetzt ab. Uh, bessere Trinkets. Das ist so ein guter Start. Aber das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ich hatte schon die Befürchte, dass der Run von gerade eben eventuell uns verlassen wird. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich hatte ein bisschen Problem in diesem Run. Reicht das? Das reicht nicht, oder? Das reicht nicht. ist okay. sind wir im Spiel. Direkt noch ein Item. Ach, die Windel hat mich gekillt. Oh. Es ist hier drin zu sein. Okay. Okay. Tears ab. Habe ich nicht das Eignis, dass man den Trinkets auch verstärkt? Nein. Oh Gott, warum, warum, warum ist es immer das? Warum ist es immer Epic Hack? Mit dem langsamsten Shotspeed, den es nur gibt. Ich glaube, in dem Fall ist es gut, wenn ich zwei Tintedrocks nicht mitnehmen kann. Okay, okay, eventuell ist der Shotspeed ein großes Problem. Ihr wollt mich doch verarschen. Dankeschön. Kann ja nicht so schwer sein. Aber ich Tintedloss schon fertig. Ja, Tintedloss haben wir vorletzte Woche fertig gemacht. Wünscht mir, ich hätte ein bisschen mehr Shotspeed. Komm schon. Fuck, wo mein Tintedrock? War ich im Goldrum auf der Ebene? Ich glaube nicht, oder? Aber dann wollen wir eh noch mitnehmen. also alles geschmeidig. Da ist er ja mächtig. Ja, wir gehen erst hier rein. Was auch immer. Mächtig, mächtig, mächtig. Oh, warte, Tintedrock. Ja, ich meine, so viel Möglichkeit gibt es an dem Punkt noch nicht mehr. Kein Secret Room hier unten. Kein Secret Room. Ja, da ist er. So hard. Wichtige, wichtige HP für mich. Oder wie manche Leute sagen würden, HP. Bei irgendeinem Video habe ich so ein Flash Game, ach, hier war der Secret Room. Ich habe so ein Flash Game gespielt, da hat jemand einen Vortrag darüber gehalten, dass ich nicht HP sagen sollte. Stattdessen kann ich das Wort hier übersetzen oder so. Das war ein englisches Spiel, übrigens wird keine deutsche Übersetzung. Aber ja, ich hätte auch Kraftpunkte sagen können. Okay. So, weiter geht's. Ich mag es nicht, dass der Twitch-Chat schon wieder weg ist, aber von Majora's You vor 19 Minuten, äh, vor 19 Minuten, 70 Monate, Resub, wir lieben Dank. Aber jetzt war der Twitch-Chat ewig wieder da und jetzt ist er wieder weg. Oh mein Gott, das Auge macht den Shot Speed noch niedriger. Glaube ich. Oh, das ist nicht gut. Okay. Oh mein Gott, die Soul Hearts. Äh, das war ja noch nicht mal knapp. Das war ja noch nicht mal knapp. Kommt schauen, geh mal weg. Ich sage es euch, dieser Bild wäre gerade wirklich hilfreich, wenn ich halbwegs okay einen Shot Speed hätte. Aber mit diesem niedrigen Shot Speed ist das wirklich eine absolute Qual. Uh, mächtig. 15 Cent, das heißt, wir können auf jeden Fall aus dem Shop was mitnehmen. Guter Begleiter. Ah, shit, da unten ist vielleicht der Secret Room. Schauen wir hier doch mal eben vorbei. Da ist er. Da ist er. Wusste ich's doch. Ach, komm, geh weg. Uh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm schon. Jetzt keine Scheiße bauen. Jetzt keine Scheiße bauen. Wenn wir damit in den Devil Deal reinkommen. Ach, fuck, ich will gar nichts aus dem Devil Deal. Ich würde es trotzdem riskieren. Ich würde es trotzdem riskieren. Restock. Ich meine, egal, was wir hier mitnehmen, ist eh gleich. Er wird eh wieder rerolled. Fuck. Aber egal, das Feuer ist auch nicht verkehrt. Das macht wenigstens Schaden. Nein. Was ist denn hier gerade wieder? Broken Modem und Traktorbeam und gute Feuerrate. Wir gehen weiter. Ich versuche mal wieder den Twitch-Chat zu refreshen, denn ich bekomme wieder keine Verbindung aus irgendwelchen Gründen. Ich habe irgendwie gar keinen von den Dragon Ball Sparking Trailern gesehen. Hauptsächlich, weil ich das Gefühl habe, ich weiß ziemlich genau, was mich erwarten wird. Okay, der Chat scheint wieder da zu sein. Vorerst. Ja, Mutter. So, Cricket's Body, der, der hilft doch ein bisschen, oder? Der hilft doch. Der hilft uns doch. Komm, schauen wir, ob hier Secret Room ist. Geh mal ein Item. Ach. Tier ist ab. Tier ist ab. Eine sehr mächtige Pille für diesen Run, denn ich glaube, das Tier... Die Stats von den Pillen, die werden mir generell nicht genommen, oder? Die sollte ich generell behalten für den Rest des Runs. Richtig. Fuck. Oh, Swap and Fuck. Oh, Infestation 2. Komischen Granaten. Deep Pockets. Pyromaniac. Eine würzige Ausbeute nennt man das. Eine knusprige Ausbeute. Weiteres gutes Shop-Item. Wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich natürlich zurückkehren und noch meinen Soul Art holen. So, geh mal weg. Dankeschön. So, auch hier wieder extrem guter Bild zum aktuellen Zeitpunkt. Durch, dass ich sehr viele Special Arts habe, ist auch die Wahrscheinlichkeit für einen Angel Deal relativ hoch. Ich werde mir mal eben meinen Soul Art holen gehen. Wir sind auch verhältnismäßig schnell unterwegs. Ich habe ein gutes Gefühl. Selbst auf Sonntag dann Tente Jacob. Ach. Tente Jacob ist... Ach, nee, 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 nee. Darüber will ich nicht nachdenken. Über sowas denken wir gar nicht erst nach, okay? Sind Donation Alerts kaputt? Ich, ich habe keine Ahnung. Heute ist generell irgendwie alles ein bisschen komisch. Uh. Das war mir doch nicht so gut. Ich dachte, mein Lemon Misstep würde mir ein bisschen mehr bringen, ehrlich gesagt. Vor allem, weil es zweimal aktiviert wird, aber... Fuck. Ah, nein. Dann wiederum die Six, wenn wir den ein bisschen beibehalten können. Wäre so auch nicht verkehrt. Nein, Gott! Ich hätte das wahrscheinlich aufheben sollen. Kann 24 verschiedene Formen von Son Goku und Vegeta spielen, als wenn das nicht aufregend ist. Ja, aber das... Ich glaube, es ist nicht mal so viel mehr als in, äh, Budokai Tenke Ichi 3. Weil das mit den verschiedenen Formen ist auch wieder sehr... Naja. Sehr hochgerundet, weil sie auch die Transformationen als eigene Form gelten lassen. Ich meine, sie haben eigene Angriffe, aber ich weiß nicht. Ich würde es trotzdem nicht als eigene Form gelten lassen. So, wir werden eben gerade wieder eine Menge Schaden. Das Spiel liebt es gerade wieder, mir Spacebar-Items zu geben. Wobei ich natürlich ein großer Fan bin. Ziemlich starker Bild gerade, aus irgendwelchen Gründen. Wechseln die Items sozusagen im selben Tier? Das weiß ich nicht. Ich habe mir vorgestellt, dass es wieder so geregelt ist, dass wenn man ein Item von Tier 3 oder Tier 3 hat, und Tier 4 hat das dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn man eins vom gleichen Tier bekommt. So ist zumindest mit den, äh, Deal-Eid, beziehungsweise mit den Item-Pools geregelt. Angel-Deal wird nicht zu 100% zum Angel-Deal-Item, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ne, damit kann ich aktuell leben, muss ich sagen. Das wäre in Ordnung. Und schon ist verkackt. Uh, Chocolate-Milk, äh, Tech-Ex. Nicht zu verkehrt. Nicht zu verkehrt. Eure Feuerrate wäre natürlich nett, aber... Nee, ist okay, ist okay. Vor allem sollte es sogar ein gutes Stück stärker werden, wenn ich es ganz auflade. Dadurch, dass dann Chocolate-Milk auch noch zum Einsatz kommt. Früher war es 100%? Yeah! Aber was das angeht, da haben sie ein bisschen, äh, genervt. Das war auch bei Tainted Bathory, dass du da... Da ist Wahrscheinlichkeit, dass man ein Item aus dem Pool bekommt, in dem man sich gerade befindet. Die ist auch relativ gering inzwischen. Aber ich glaube, es war früher auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Nicht 100% oder so, aber... Hoch. Ich mag den Rainbow-Bärme, ehrlich gesagt, nicht. Ich wünsche dir wirklich, Tech-Ex würde nicht so komplett verschwinden, wenn man sich einer Wand nähert. Das wäre ganz cool. Nein. Was ist das? Warum schieße ich so viel Feuer? Devil-Deal? Nee. Nee. Machen wir nicht. Oh, ich habe Blanket, nicht Holy Mantle. Okay, weiter geht's. Machen wir nicht. Ich werde nicht auch noch Herzen ausgeben, dafür, dass ich hier die Wahrscheinlichkeit habe, dass ich später alle meine Herzen verliere. Oh mein fucking Gott! Das war gerade sagenhaft scheiße. Das ist okay. Das ist okay. Dafür haben wir Broken Modem und der Rotten Baby. Jetzt ist die Chat-Verbindung zum YouTube-Chat abgebrochen. Was ist heute? Vielleicht liegt es auch an meinem Internet. Oh, fuck! Mein Stream geht nicht offline. Uh, das ist gut. Das ist gut. Also, wenn der Stream noch läuft, sollte ja schon alles halbwegs machbar sein. Ich glaube, Twitch-Chat ist auch weg. Das ist komisch heute. Sehr, 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 sehr merkwürdig. Das ist okay. Man führt manchmal ein paar Selbstgespräche. Apropos. Apropos. Ähm, erinnere ich noch an dieses Yu-Gi-Oh! 5Ds-Spiel auf der PSP. Ich habe es mal gespielt. Das war ein Stream, in dem ich ein paar PSP-Spiele streamt habe. Für das PSP-Video war das damals. Und das war eigentlich ganz cool. Ich habe gesagt, ja, das sollte ich im Streamer weiterspielen, was ich nie gemacht habe. Ich denke, ich will eine kleine Videoreihe dazu machen. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Und ich habe heute ein Artwork dafür, für das Thumbnail bei Hockey in Auftrag gegeben. Und zwar, ich dachte mir, was wäre ein gutes Yu-Gi-Oh!-Artwork? Ich dachte mir, ich will vielleicht irgendeinen Sammler, der noch hier das Thumbnail packen kann, was irgendwie halbwegs zum Thema passt. Und ich dachte mir, ich will einen Yu-Gi-Oh!-Charakter, den wir ein bisschen wie mich aussehen lassen. Und natürlich in Hockey's Artstyle, weil ich will nicht den generischen Yu-Gi-Oh!-Anime-Look, denn der wäre das ein bisschen... Naja, brauche ich nicht unbedingt. Und wisst ihr, für wen ich mich entschieden habe? Ich habe mich für Chumley entschieden. Das war der eine Typ von... äh, von Slifer Red, der wie ein Panda aussieht. Und sein Wiki-Artikel, aus dem Yu-Gi-Oh!-Wiki, ist sehr kurz. Das ist nur ein kleiner Absatz. Und ein Satz, welcher ungefähr 20% des Artikels ausmacht, steht da aus, dass... da steht, dass Chumley, wenn er seinen Zug beendet, immer sagt, oh, ich denke, ich werde meinen Zug da mal beenden. Dann steht dran, dass das was von seiner Unsicherheit zeugt. Also das fand ich irgendwie lustig, dass das eine Sache war, die über ihn geschrieben wurde. Dass er sehr unsicher ist. Das ist eine der erwähnenswertesten Eigenschaften von ihm. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mit den Chats ist. Ich glaube, es liegt wirklich an meinem Internet irgendwie. Ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll. Wenn ich so viele Möglichkeiten nicht habe, außer Neuladen. Ich schätze, das kann ich nochmal versuchen. King Baby. Ich mache mal Neuladen. Rechtsklick. Neuladen. Und hier drüben. Kann ich das bei YouTube auch machen? Ne. Ne. Doch, da. Da ist so ein Logo bei Firefox. Es lädt beides. Weil mir ist auch vorhin das Streamlabs-Dingens weggegangen. Ist irgendwie... Mein PC, mein CPU ist auch nicht komplett ausgelastet oder so. Stromverbrauch sehr hoch. Website leider nicht erreichbar. Er lad mal neu. Ich habe schon gesehen, dass es nicht erreichbar ist. Das ist mir durchaus aufgefallen. Keine Ahnung, was heute los ist. Ich melde mich, wenn es wieder geladen hat. Oh, es ist kein Space-By-Item. Sehr schön. Ich wollte gerade schon anfangen zu meckern, aber es ist kein Space-By-Item. Und das Yu-Gi-Oh!-Spiel, das werde ich natürlich... Ich habe den Retro-Tink 4K. Komm, wir nehmen die Pille. Stark. Und über den sieht die PSP ganz gut aus, wenn man sie darüber capturet. Das heißt, ohne wirklichen Grund. Außer deswegen, weil ich es kann. Oh mein Gott. Yeah, jetzt geht es auf die Schnauze. Werde ich das Ganze über... Ich liebe diesen Bild hier. Oh, noch mehr Shot Speed. Werde ich das Ganze über die PSP selber dann capture, nicht über PlayStation TV. Und das wird ganz nett. Es sieht wirklich okay aus dafür. Vor allem das Zeug lädt halt auch nicht. Ich verstehe wirklich nicht, warum jetzt beide Chats einfach weg sind. Also... Was, wenn ich hier Chat wiederherstellen machen würde? Und dann nochmal Chat in neuen Fenster öffnen? Jetzt sehe ich nicht mal mehr die alten Nachrichten. Jetzt ist wirklich alles weg. Beides Stream läuft noch. Oh, wir haben sogar die Camo-Andis. Die Camo-Andis. Das ist quasi wie ich aus dem Parallel-Universum, dem ich ja ursprünglich Andreas hätte heißen sollen. Das heißt, mit dem Camo-Andis sage ich natürlich eine sehr persönliche Verbindung. Oh, Twitch-Chat. Beim Twitch-Chat tut sich was. Er ist zurück. Der Twitch-Chat ist zurück. Aktuell zumindest. Bei YouTube weiß ich nicht ganz was. Ich werde mal nochmal versuchen zu refreshen. Ja, Twitch-Chat ist zurück. Jetzt ist YouTube weg. Das ist komisch, das war den gesamten Abend über war immer nur der Twitch-Chat weg. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich bei YouTube heute auch ein Problem ist. Aber scheinbar. Scheinbar! Nein, springen wir weg für die höhere Deal-Chance. Oh, der gibt gar keine höhere Deal-Chance, der Keybagger. Okay. Mythos of Andreas. Ja, das war, das war nicht der Name, den ich dann dieses Szenario genommen hätte. Mir ist gerade bewusst geworden, ich könnte mich noch in den Curse-Room hier reinsprengen. huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Also, ich weiß nicht, ob das Internet wirklich so viele Probleme macht an dem Punkt. Ah, je, je, ich hab keine Ahnung. D4. Nee, den kannst du mal schon stecken lassen, Kollege. Megabean. Aber ich kann zwei Spacepa-Items haben. Das ist gut, die sollten dann ja beide rerollt werden. Oh mein Gott, das ist so ein guter Bild gerade. Können wir mal darüber reden? Also, der, der ist wirklich gut. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Streaming-Gott-Hastig heute. Ich weiß nicht, ich hab... Also, ich würde sagen, von den Streams aus den letzten paar Wochen ist das immer noch einer mit weniger technischen Problemen. Es ist immer noch einer von denen, die weniger Probleme machen. In letzter Zeit ist... Fuck! In letzter Zeit ist es nicht so gut. Oh nein. Das wäre natürlich der lahmarschigste Run, den man sich nur vorstellen kann. Oh Gott. So ein guter Bild und schon haben wir ihn verloren. Okay. Keine Ahnung, was mich gerade erwischt hat. Aber wir lassen das mal so Geld. Was ist denn jetzt mit dem fucking YouTube-Chat? Refresh doch nochmal. Steht halt auch nur About Blank. Warte, ich sehe... Das Pop-Out hat nicht funktioniert. Chat in neuen Fenster öffnen. Jetzt steht er wieder nicht mehr, oder was? Schließen. Dann werde ich das ganze fucking Fenster darüber schieben. So. Moment, 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 Moment. Okay. Ich glaube, ich kann den YouTube-Chat wieder sehen. Und ein Spiel rein tappen. Nicht vergessen. Was halte ich von diesem Bild hier gerade? Ich denke, er ist okay. Ich denke, er ist okay. Waren Leute sehr hyped bezüglich meiner Yu-Gi-Oh! 5Ds-Geschichte. Stopwatch kommt schon. Oh, Necropolis 2. World-Karte. Hier können wir gehen rein. Uh, das war nicht schlecht. Mit dem Bleistift. So, Stopwatch ist gerade aktiv. Stopwatch war aktiv. Ich glaube, die Stopwatch verschwindet. Wenn man sie verloren hat. Oh, ich habe Sigil. Oh, nein. Oh, Gott. Nö, doch nicht das. Okay. Wir haben es geschafft. Wir nehmen Polaroid dieses Mal mit. Warum würde ich irgendwas hiervon überhaupt mitnehmen wollen? Wo schaue ich überhaupt nach? Rottenbagger Spreng erhöht die Deal-Chance. Ist das so? Ja, aber ich fühle, der Rottenbagger bringt gar nichts. Oh, mein fucking Gott. Gerade hat jemand, ich freue mich auf bei FDs von meiner Nacht, das beste Yu-Gi-Oh! von, äh, Set. Von daher wird das bestimmt unterhaltsam. Und dann ist direkt wieder die Verbindung zum Chat verloren gegangen. Unglaublich. Polypheme ist schon wieder. Ich liebe es, dass ich die meiste Zeit über nicht mal mitbekomme, was überhaupt passiert. Irgendwas ist mitten in meinem Gesicht wieder explodiert. Und ich habe super viele Soul Arts verloren. Hatte ich nicht scheiß viele Soul Arts zwischenzeitlich? Warum mache ich jetzt nur noch dreieinhalb? Dreieinhalb ist auch ungefähr, wie viel Schaden ich gerade austeile. Oh Gott. Hier Damage. Ich bin gerade wieder so schwach die ganze Zeit. Das ist das Schlimmste. Nein. Wo sind meine ganzen Herzen hin? Gott. Ich habe einfach keine Herzen mehr. Alle weg. Alle weg. Alle weg. Alle weg. Absolut nichts mehr für mich. Alle weg. Pretty fly. Tears up. Pretty fly. Der ist nicht zu verkehrt. Ich glaube, der Run wird gleich sterben. Ich bin zu langsam für Hush und ich habe keine Leben. Oder ich bekomme Sterne, Gräume voll mit, äh, wo ein Brimstone und ein Technology-Auge drin ist. Was für sich auch extrem cool ist. Oh Gott. Warum haben wir einen Doppel-Chub-Raum? Ich bitte einfach sterben. Können wir, können wir das machen? Range minus. Ich habe eine Range von drei. Eine Range von drei. Also ich muss sagen, der Run lief echt gut und dann ging es sehr schnell sehr steil bergab. Also für die Kontrolle über diesen Run habe ich dann sehr schnell verloren. Und ich verliere immer nur mehr Damage. Wenn ich gerade das einsetze. Ja. Ja, fuck. Nicht mehr viel über Lebenschance für diesen Run. Ich sollte an diesem Punkt nicht so schwach sein. Was habe ich jetzt überhaupt? Ach, den shit Grimstone. Und kein Soulheart mehr. Ist okay. Wir haben das. Wir sind quasi wieder zurück im Spiel. Ich gehe weiter. Welch Harschel ich erwische, hat sich sehr erledigt. Ich wüsste nicht, wie ich Harschel noch erwischen sollte, aber... Naja. Naja. Er ist ja doch das Einzige, was ich noch machen kann in diesem Run. Vielleicht geschieht hier irgendein Wunder oder so. Aktuell weiß ich aber auch nicht, welches Wunder geschehen sollte, damit ich... Das scheint eins zu sein, das geschehen kann. Wie viel Schaden mache ich jetzt? Elf. Ich nehme den Schlüssel. Öffnet der Schlüssel die Tür zu... Harsch? So, das spielt keine Rolle. Wir werden es nicht so weit kommen lassen, dass wir es nicht mitbekommen. Hey, der Twitch-Chat geht wieder. Ist das nicht schön? Was heißt da oben? Was ich wirklich von der Hafen suche? Oh Gott. Ich wünsche, die würden sich nicht so viel Zeit lassen hier gerade. Denn ich habe nicht mehr viel Zeit. Ah, da ist gerade wieder ein guter Bild. Seht ihr? Jetzt geht alles wieder... Jetzt geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Fällt gerade auf, ich habe keinen Angel... Doch, warte, ich hatte einen Angel, der war ein Space-Bite, der mir nichts gebracht hat. Ne, 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 da gebe ich dem Spiel schon die Schuld. Das hat mich ein bisschen betrogen. So ein ganz kleines bisschen. Soulheart, bitte. Soulheart, bitte. Ich sagte, Soulheart, bitte. Bitte. Ist okay, wir müssen auch nicht... Oder ein normales Herz. Man muss auch nicht sein. Oh Gott, wir sind tot. Mir ist das die größte Flamme der Welt. Warum ist das die größte Flamme der Welt? Okay. Schaden ist komplette Scheiße, aber wir haben die Flamme. Wir haben die Flamme. Wenn die Flamme kommt, dann gibt es Rambazamba. Oh Gott, ich kann die Augen nicht killen. Yeah, die Rambazamba-Flamme. Davon rede ich. Rambazamba-Flamme, bitte. Bitte. Die Flamme. Dankeschön. Ein paar Mal die Flamme noch. Die macht nicht ganz so viel Schaden, wie ich mir wünschen würde, muss ich leider sagen. So, wenn wir jetzt noch massives Luck abbekommen, dann sind wir ja schon wieder im Spiel. Dann gibt es ja gar kein Problem mehr. Ich würde sagen, Arsch ist durchaus realistisch. Oh, oder nicht. Luck down. Luck down. Luck down. Ich weiß nicht, was das jetzt machen wird mit dem Run, aber wir werden es herausfinden. Wir werden es einfach mal herausfinden. Wild Card. Ich brauche das HP. Oh mein fucking Gott, der hat das HP ab nicht gedroppt. Emperor. Was sind das für Goldkisten hier? Oh mein fucking Gott. Was? Ah, willkommen, Excalios. Was sind das für fucking Goldkisten gewesen? Die waren ein bisschen schlecht. So ein kleines bisschen. Aber, wir haben noch einen Luck abbekommen. Das war gut. Das war gut. Hilfreich. Da ist er! Der Crawl Space! Wichtige Münzen. Ach, was soll's. Ich meine, an dem Punkt... Was soll man machen? So, jetzt ist HP ab. Das ist wichtig. Das heilt nämlich. Was? Will, will der mich gerade verarschen oder so? Okay. Pass auf. Nein! Dankeschön! Er hat nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Okay. Dann würde ich sagen... Los geht's. Wünscht mir Glück! Denn das werde ich brauchen! Au! Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht. Hier ist er. I can see forever. Ist auf jeden Fall eine wilde Kombo, die wir hier haben. Auch wenn ich nicht weiß, was die Kombo ist. Und ich kann auch nicht nachschauen. Lil Dumpy! Hat Lil Dumpy einen Cooldown? Ja, wie es aussieht, werden wir... Wir können Hasch wirklich noch killen an dem Punkt. Es sieht nicht verkehrt aus. Überraschterweise sieht es nicht verkehrt aus. Die Fliegen sind ein unerwartet großes Problem gerade, muss ich sagen. Warum sind die Fliegen so ein Problem für mich hier gerade? Okay, Lil Dumpy kann ich dann wieder abholen, wenn er die Augen offen hat. Wie es aussieht. Hat die Augen auf. Dankeschön. Ja, Lil Dumpy carriert halt einfach. Lil Dumpy ist ein Macher. Da gibt es nicht viele Zweifel. Mach mal einen Weg frei. Dankeschön. Mhm. Ne, Dumpy ist so wichtig für den Kampf gegen Hasch. Nein! Aufständig aktiviert zu werden. Nein! Ich glaube, er bringt mir eh nichts mehr, wenn wir zu der Phase mit den lila Tränen übergehen. Aber bis es soweit ist, will ich ihn ganz gerne noch bei mir haben. So, wir versuchen natürlich ein bisschen, oh oh, mittig und so zwei Schritte rechts von Hasch zu stehen. Das ist üblicherweise so der Sweet Spot, an dem man am wenigsten getroffen wird. Er ist nicht perfekt. Das heißt nicht, dass man da gar nicht getroffen wird, aber üblicherweise ist das der... äh, der Ort, wo man am wenigsten getroffen wird. Wo ist Lil Dumpy? Fuck. Nein. Ihr könnt mir das doch nicht antun Ich tapp doch ins Spiel Können mir das so nicht antun Was habe ich jetzt gerade Eigentlich irgendwas das mich sabotiert Ich glaube nicht Ach du Scheiße Ja die Scyfly könnte Oh Rotten Tomatoes gerade super hilfreich Wie es aussieht Was habe ich denn Ach ich habe Tag X oder was Oh fuck was habe ich jetzt Ich habe das Und ein paar Begleiter Die mich ungemein schützen werden Wir chillen hier einfach mal Ein bisschen chillaxen Einfach genießen Dass wir hier sind Na ich glaube nach links Zu vorne ist schon Am sinnvollsten So mal Leech Willst du nicht vielleicht Ein bisschen was machen Nein Nicht in der Stimmung Heute was zu machen Leech Ist okay Entschluss So jetzt habe ich ein bisschen Gewartet Damit der Leech Was macht Dass er mich Erhalt Ist nämlich Sehr wichtig Für mich Sehr sehr wichtig Die Bonehearts Scheinen nämlich erhalten Zu bleiben Fuck Nein Wir machen das ganze nicht nochmal Okay Wir machen die scheiße nicht nochmal Sehe ich gar nicht ein Habe ich gerade Oh Gott Ich habe Glass Cannon Ihr wollt mich doch Bearschen Ich war gerade super langsam Nein Was ist hier Los Gott Bring es doch bitte Zu Ende jetzt Bitte Bitte Gott Gibt es doch nicht Oh Gott Ich wurde noch sehr oft getroffen Weiter geht es Hast vielleicht zweimal Einen Run geschafft Ja Oh Lost Soul hat überlebt Don't give mir ein fucking Don't give mir ein fucking Ein stinkendes Spacebar Item Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Oh Ich will die Papi bitte weg Soll die Papi bitte weggehen Was ist das Wirklich Wirklich Spider Baby So ungefähr. Jetzt weiß ich, wir nehmen das Item doch mit. Habe ich gerade beschlossen. Äh. Denn wir können auf jeden Fall die Bosse noch rerollen. Warte, was weiß ich, wenn ich einen Boss rerolle? Kann ich da nochmal gehen in den Bosscamp? Kriege ich da noch ein Item vom Boss? Ist das eine Sache? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, Bob's Brain ist nicht optimal, aber... Ja, was soll man machen? Oh, ich liebe diesen Raum hier gerade. Also dieses Frostbaby, das carried gerade. Oh, ich habe zwei Spinnen, die mit mir mitlaufen inzwischen. Spoon-Bender. Broken Modem. Mieser Damage. Nichts Defensives und Curse of the Tower. Ne, 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 ne. Warum bin ich hier reingegangen? Das war super risky. Ne, ich glaube, das ist noch nicht der Bild, den ich haben will. Ich glaube, das ist es noch nicht so ganz. Das ist sogar überhaupt nicht. Das ist richtig schwach. Ich kriege nicht mal die da unten gekillt. Also ich sage es euch, ein Bild, in dem Mr. Fred so lange lebt, das ist kein Bild, der Delirium killt, okay? Warum kriege ich die ganze Bloody Puppy? Wirklich, warum? Ausgerechnet. Conjoint. Er ist immer noch da. Warum geht Bloody Puppy nicht weg? Und warum habe ich hier ein fucking Bild mit sechs Damage? Oh Gott, das sind solche schlechten Bilds gerade wieder. Oh nein. Nein, ich trage es schon wieder. Aber, so wie ich meine beiden Broken Hearts beibehalten kann, ist alles gut. Bloody Puppy geht einfach nicht weg. Er geht einfach nicht weg. Das gibt es noch nicht. Das kann doch nicht sein. Aber wenn man mal ein gutes Item hat, das sieht man dann nie mehr wieder. Aber wenn man ein Bloody Puppy hat, geht man gar nicht mehr weg. Ja, vielleicht kommt noch ein guter Automat. So, ein Little Brimstone carried aktuell noch ganz gut. Twitch Chat ist wieder überhaupt nicht mehr da. Das ist ein komischer Stream heute irgendwie. Äh, Weg darüber. Bombe und Herz. Nee. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja. Ja. Moment. Im rechten blauen Feuer war ein Soulheart. Moment. Moment. Oh ja, ja, ja. Ja, mit die Scheiße. Das Modem will aber auch nicht gehen. Das ist schon gut so. Broken Modem ist in der Tat, wie es der Name vermuten lässt, sehr broken. Naja. Der Brimstone war jetzt nicht so hilfreich. Ja, hier will ich eher was einzahlen. Und nicht in dem Müllautomat von vorhin. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Gibt's doch noch was Gutes. Das fühl ich doch. Äh. Ich meine, Soulheart ist gut. Was ist von Soul? Ich wünsche, ich hätte noch den D100, damit ich diesen dummen Build rerollen kann, aber das ist halt heute keine Option. Aber Lost Soul carried gerade. Oh, habe ich Lost Soul nicht letztend mit Tented Lost freigeschaltet? oder bilde ich mir das gerade ein? Fuck. Meine Lost Soul! Muss auch noch der Champion mega fettig sein. Außer, ich habe keine Herzen mehr. Ich wünsche, ich hätte nicht alle meine Herzen verloren gerade eben. Das wäre cool gewesen. Naja. Naja. Ich schätze, man kann nicht alles haben. Ja, Bleidy Papi ist gerade weg. Yes! Schwarzes Herz! Noch ein schwarzes Herz. Book of Revelation. Komm schon. Jetzt noch ein paar Räume überleben und unsere Herzen sehen wieder ganz anders aus. Ganz anders sehen die dann aus. Na, ich will... Ich will... Ich will die goldene Kiste. Nein. Warum ist es die ganze Zeit Cursed Eye? Warum ist es Cursed Eye und Tiny Planet? Nein. Nein. Oh mein fucking Gott. Das kann doch nicht sein. Wann habe ich das Item richtig eingesetzt? Ist es, wenn es Frank macht richtig eingesetzt? Scheich nicht, oder? Das ist Explosions-Heil-Item. Oh, was ist jetzt Unverwundbarkeit gerade? Explodiert das? Ich habe Soulheart jetzt verloren, oder? Also zwei insgesamt. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ich glaube, ich habe da eigentlich gerade zwei Soularts verloren. Trotzdem wurde mein Zeug nicht re-rolled. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was dieser Run gerade ist. Könnte ich die ganze Zeit über schon fliegen? Wir hoffen, dass wir hier noch ein paar Herzen rausbekommen. Eins. Ein Herz ist wichtig. Ich glaube, letzter Re-Roll hat mir fliegen gegeben. Okay. Dann nehme ich das Bohnert noch mit. Okay. Warum habe ich den dümmsten Brimstone aller Zeiten? Woher kommt der? Bin ich Azazel geworden? Oder ist das noch wegen dem Trinket, oder? Wegen dem Azazel-Stomp oder was auch immer das war. Wahrscheinlich verschwindet der erst, wenn ich den Raum gekleert habe. Oder ich bin gerade nicht stark genug, oder ich bin gerade nicht dabei, Räume zu klären. Ich bin wahrscheinlich stark genug, um einen Raum zu klären. Ich bin da oben zum Beispiel. Tja. Was sagt man dazu? Bin ich jetzt, bin ich Azazel? Nee, bin ich nicht. Warum habe ich diesen Brimstone? Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, nein, das wollte ich nicht. Ich bin so fucking tot. Warum habe ich diesen Brimstone? Warum geht der nicht weg? Warum geht dieser Brimstone nicht weg? Gott! Wirklich. Es geht mir so auf die Nerven. Wie soll ich da mit Delirium besiegen? Wie hat der Spiel es geschafft, mich so zu sabotieren, dass ich jetzt die ganze Zeit Azazel bin in diesem Kampf? Komm, bring's zu Ende. So viel fucking Vorbereitungszeit? Und dann bin ich auf einmal Azazel? Und es geht nicht mehr weg. Gott! Was für eine Zeitverschwendung! Ist okay, wir können auch jetzt direkt sterben. Oh, ich hab dieses Bluten. Oh mein Gott. Und ich find kein Herz. Das ist ein Herz, das ist kein Herz, das ich haben will. Okay, wie sieht's aus? Verbluten wir jetzt ein bisschen? Ist das, ist das jetzt, was wir machen? Ich find kein Herz. So würde ich das, das gerade eben... Ich hab zweimal Hush besiegt in diesem fucking Run. Und dann auf einmal, ich hätte nicht einfach so in den Bossraum gehen sollen, das war dumm, okay, okay, okay. Aber, komm, dass ich dann, warum, dass ich dann fucking Azazel war. Also, es war wirklich einfach nur komplette Scheiße. Wie soll man den Kampf schaffen, wenn man Azazel Brimstone hat? Also, wirklich. Der Charakter ist für mich trotzdem immer noch sehr viel angenehmer als Tante Jacob, weil es sich jemand die Frage stellt. Ich würde trotzdem lieber noch für die nächsten zwei Wochen nur Tante Eden spielen als Tante Jacob. Das wäre mir immer noch sehr viel lieber. Ist das Mindset vorbei? Ist der Run vorbei? Ich meine, ich denke, ich hätte Delirium schaffen können. Das Problem war nur, dass ich auf einmal Azazel war und es nicht mehr weggegangen ist. Egal, durch wie viel Räume ich. Ich meine, ich hätte einen Raum clearen müssen wahrscheinlich dafür, aber das hat es halt ruiniert. Das hat es ruiniert. Sehr. Dank dem Buff von Isaacs Heart können wir jetzt ganz schön gut zurechtkommen. Oh. Bitte, 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 das wäre, ich kann das Trinket gar nicht verschlucken und gleichzeitig, ach, fuck. Egal, geh weiter. Oh, keine Spacebar-Items. Wenigstens für eine Ebene keine Spacebar-Items, das wäre es jetzt. Der hätte ich Lust drauf. Ich hätte übrigens auch ganz gerne mal wieder ein paar Angel-Deal-Items, denn davon hat ich in den letzten Tented Eden-Runs irgendwie auch gar keine bekommen. oder was auch immer das sollte. Das Gefühl, ich habe welche verdient. Ich bin, ich bin ein erstklassiger Spieler. Seht ihr? Jetzt habe ich kein Spacebar-Item mehr. Aber dafür haben wir die Pockets. Und ein Damage von 3,3. Oh, okay. Okay. Das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang, oder nicht? Um direkt mal ein bisschen den, äh, den Geldstand zu erhöhen. Soulheart für mich. Wichtig. Ne, wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Wenn uns im Chat wurde auf YouTube diesmal wieder unterbrochen, ich weiß wirklich nicht, was da heute los ist. Tears down. Lass mal davon keine zweite nehmen. Lass mal keine zweite davon nehmen. Oh, ich kann rerollen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die hierher, komm schon. Komm schon. Jetzt noch ein bisschen Geld. Lass mich ein paar Shop-Items sehen. Direkt mitnehmen. Jetzt geht der YouTube-Chat wieder. Kannst du an der Bloodbank verschlucken? Oh, der ist ja schon ewig her. Ne, mein Geld reicht wieder nicht mehr. Bisschen knapp gerade. Ich wünsche der Run wir nicht so arsch langsam. Aber was soll man machen? Oh, zwei Spinnen für umsonst. Für umme. Das sag ich doch nicht. Nein. Nein, dazu sag ich nein. Oh nein, das ist ein gutes Item. Lass mal in der grünen Suppe stehen. Und der die Longlegs. Stark. Stark, 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 stark. War ich auf der Ebene im Goldraum? Ich war im Goldraum auf der Ebene, oder? So, also werde ich wahrscheinlich niemals 100% machen. Ja, war ich im Goldraum? Okay. Ah ja, Conehead, genau. Weiter geht's. Devil, hier kann ich mir halt immer noch absolut nicht leisten. Uh. Ech. Äh. Naja. Nein! Oh, warte. Fuck! Oh Gott. Gott. Ja, das war scheiße. Das war eher schlecht gerade. Ich denke, darauf können wir uns so heute einigen. Das ist okay, wir gehen zur Library und dann geht's richtig los. Warum hat der Nagel gerade rein im Zugek darüber gezielt? goldene Bomben. Ich wünsche die Nägel wären so gut, wie sie aussehen, aber es sind sie überhaupt nicht. Ah! Sie sind überhaupt nicht so gut, wie sie aussehen. Oh Gott, so gut! Jetzt kann ich nicht mal mehr in den fucking Raumdach rein. Oh Gott, ich habe das nervigste Trinket der Welt. So, wie werden wir uns aus dieser Bredouille jetzt wieder rauswieseln? Da ist die Frage. Zuerst mal hätte ich gern ein Herz, glaube ich. Kein Herz. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Lass uns mal nicht mit einer Bad Trip-Pille starten. Ich denke, das ist ganz vernünftig soweit. Nee, kein Pokémon für mich. Das wäre zu einfach. Ich habe halt echt noch nie eine Library gesehen, in der nur Karten drin sind. Ich weiß nicht, ob das an Tainted Eden liegt oder ob das generell passieren kann. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich damit auf sich hatte gerade. Dankeschön. Die hätten gerade fast ein bisschen nervig werden können. Wie dollable. Auch nicht der größte Fan. Alles okay. War früher viel häufiger in meiner Runde, äh, in meiner Runde, die ich gerade spiele, da hatte ich ja auch eine. Okay, das lag also nicht an Tainted. Das ist einfach nur generell eine Sache. Oh ja, 3 Dollar. Oh, Death's Touch. Stell dir vor, wenn wir einen Death's Touch irgendwann mal bekommen. Das wäre es. Es wäre es. Geh mal weg. Ich glaube, die will ich auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupten würde, dass ich ganz gerne Soulheart hätte. Oh. Warte, was ist dieser Bosskampf? Also, so einen kurzen Larry habe ich bisher auch noch nie gesehen. Ich habe schon sehr kurze Larrys gesehen in meiner Zeit. Curseroom? Will ich? Wir machen. Wir machen einmal. Ich werde nicht freerollt, wenn ich das mache. Interessant. 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 Es ist das wert, die Zeit dafür zu opfern. Wahrscheinlich nicht. Aber ein Bonus-Item wäre eine ganz gute Sache. Ich glaube, ich werde einfach nichts rausbekommen. Ich mag es, dass ich ständig random von den Chats disconnected werde. Oh, Blood Bank wird man auch nicht re-rollt? Das wusste ich nicht. Ich glaube, ich nehme nur das halbe Herz oben links noch mit und dann gehe ich einfach weiter. Ich glaube, ich sollte nicht noch mehr da, äh, ihm geben. Wahrscheinlichkeit, dass er direkt danach nochmal auszahlt ist, ist eh relativ gering. Ist es doch alles nicht wert. Warum verschwende ich gerade so viel Zeit? Wir wollen den Hasch noch erwischen. Klar, die gibt es für 10 Sekunden Verwundbarkeit. Nein, das ist, äh, Chariot Question Mark. Die gibt einem irgendwie Tearser oder sowas. Wenn ich das richtig verstanden habe. Normale Chariot hätte mir eine Verbundbarkeit gegeben. Okay. Ah, Geld für den Shop habe ich nicht. Ich würde sagen, solange ich noch meine Soul Arts habe, gehen wir direkt rein. Wir machen, wir benehmen die Chariot direkt mal. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Ha, okay. Na, die schmettert ganz gut rein. Ah, Little Company kommt erst am Freitag. Eigentlich wollten wir noch nicht, äh, direkt heute hochladen. Das, äh, da hat Pulli ein bisschen das, äh, verpeilt. Aber ich meine, an sich, wenn du die Little Company-Folge schon sehen willst, kannst du natürlich bei Fully anschauen. Morgen kommt aber TTT wieder. Das ist aber ganz nett. Gab es eine ziemlich lustige Runde mit dem Jetpack. Das, das, das wird ganz, äh, spaßig. Äh, okay. Hi, Priesters. Äh, ich hasse Hungry-Tiers. Ich fand früher Hungry-Tiers mal so cool, aber das ist, das ist lange, lange, lange vorbei. Johnny hat es auch verpeilt. Nee, was bei Johnny heute kam, ist die TTT-Folge vom letzten Mal. Ha, 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 ha. Das heißt, Johnny hat es auf eine ganz andere Art und Weise verpeilt. Ich habe in der, äh, Little Company-Gruppe ein Screenshot gemacht. Da habe ich geschrieben, der, äh, Vollzeit-Gamer. Ist verpeilt. Irgendwie sowas. Und dann meinte, äh, dann meinte Johnny dann auch, oh ja, bei mir kommt heute auch eine Folge nicht wundern, das ist die vom letzten Mal. Äh, ich habe keine Bombe. Äh, ich weiß nicht, ob Zombie bei TTT dabei sein wird. Ich meine, das ist ja, also, kann man ja nicht sagen. Ich würde doch nicht viel was darauf hindeuten würde. Mr. Dolly! Tears ab. Und Herzen. Oh mein Gott, yes. Das ist schon wieder so ein Moment, wo ich mir denke, oh, das könnte vielleicht ein ziemlich guter Tainted Eden Run werden, aber das wird alles doch scheiße. Ich kann euch übrigens direkt sagen, äh, so, und bei TTT war eine Erfahrung, es ist so viel besser als alle anderen. Ja, dieses Spiel so viel besser als alle anderen. Es war, es war, es war, es war, äh, erschreckend zu sehen, wenn er Traitor ist. Wenn man beobachtet, wie er durch Fenster rausspringt und irgendwie die Bejekten sich nach oben klippt und was auch immer. Help? Ach, warum nicht? Kann man, dass Zombie Conte mit dir macht? Er hat öfter bei mir auf, äh, Twitch im Chat geschrieben. Dann, äh, bei Isaac gefragt, hey, also als das Online-Ding jetzt kam, wie sieht's denn aus? Und so war's dann. Hab, äh, bin bei TTT immer voll im Counter-Strike-Feeling, aber spielt sich so anders? Ich mein, das ist Source. Ich denke, spielt sich sehr ähnlich, wenn du der Typ bist, der Counter-Strike-Source am meisten gespielt hat, aber ich weiß nicht, auf wie viele Leute das zutrifft. Soul-Heart und dumme Moving-Box. Wir nehmen nur Soul-Heart mit. Besser als Shim-Tags? Ich mein, Timo war stellenweise gut. Hockey war diesmal aber auch wieder besser bei der Aufnahme. Er hat wieder, er hat wieder ein paar gute Runden an den Tag gelegt. Das heißt, Hockey kann sich, glaube ich, von seinem vorletzten Platz wieder ein bisschen, äh, erholen. Oh, Firebrow war auch mit dabei. Ich glaube, er ist jetzt, äh, erstmal der neue letzte Platz. Er war, er war in der Regel nicht ganz so gut. Oh, fuck. Gar keine Lust auf den. TTT wird jetzt wieder zweimal pro Woche kommen. Wir haben sechs Folgen aufgenommen, also, Perfektion? Wirklich? Ach, für mich? Das ist ja, das ist ja nett. Weiter geht's. Genau, wird er für drei Wochen wieder zweimal pro Woche auf jeden Fall kommen und dann müssen wir erst wieder aufnehmen. Wenn ich Swallow Penny hab, dann sollen wir uns was genehmigen hier. Lucky Penny! Wie gesagt, jetzt sind TTT, äh, zehn. Bei den letzten zwei Folgen war Johnny aber nicht mehr dabei. Fuck. Ich glaube, bei der vorletzten Aufnahmesession waren wir auch neun, also, wir haben aber einen kleinen Fehler gemacht. So, bei der, äh, letzte Session, wo wir auch zu neun waren, da hatten wir nur zwei Traitor. Diesmal haben wir, als wir zu neun waren, noch drei Traitor gehabt. Und, ich glaube, drei Traitor sollten wir wirklich nur dann machen, wenn wir zu zehnt sind. Oh, ich liebe diesen Raum. Seht ihr, ich muss den, shit, ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, ich muss den, äh, Dragon Ball Sparking Trailer gar nicht sehen. Ich hab den Ultra Instinct doch auch so, dann hab ich's verkackt. Dann hab ich's einfach verkackt. Ich wünsch dir, die Knochen werden stark genug, um so ne Fliege zu killen. Das wünschte ich mir. Sehr was, wir lassen uns nochmal treffen. Ich hab das Gefühl, der Bild gerade eben war so ne Scheiße, dass ich so viel Zeit verliere, wenn ich dabei bleiben würde. Kommen wir noch Isaac Corp Runs? Äh, ja. Äh, wir machen welche. Weiß nicht, ob überhaupt aktuell wieder der richtige Isaac Corp Modus da ist. Der ist ja immer nur für zwei Wochen da und dann wieder zwei Wochen nicht. Das ist der Quantum Corp Modus. Ich hoffe, der gibt mir ein Item. Ich glaub, der gibt, wenn er nur Schub da wuft. Fuck, was? Ne, okay, okay. Ich hasse es, dass wenn man getroffen wird, dass man dann auch so oft einfach zweimal getroffen wird. Das ist das Schlimmste daran. Das ist das Allerschlimmste. Zehn Damage, aber miserable Feuerrate. Feuer hält aber Energy, bringt mir nicht allzu viel. Und das erhöht mein Damage. Oh Gott. Wieso, sie machen die alle etwas größere, äh, Fürze. Gibt's schon. 72% Angel Heal. The boss papers, boneheart. Passiv Tier 3. Was halten wir denn davon? Ich denke, davon halten wir eine ganze Menge. Weil ich weiß nicht, ob das mit dem Tier von den Items wirklich einen Unterschied macht, aber... Schaden kann's ja nicht. Schaden kann's ja nicht. Polish bone könnte auch so gut sein. Werbung überspringen. Warum steht da Werbung überspringen? Ich bekomme keine Werbung. Das ist mein eigener Stream. Ich bekomme keine Werbung. Ich weiß ja auch nicht, was in dem Stream heute ist. Bei mir ist schon wieder irgendwie... Ich glaube, die Chats sind wieder weg. Irgendwann wird's bestimmt Sinn ergeben. Aber aktuell ist noch nicht der Zeitpunkt dafür gekommen. So, ehrlich gesagt, finde ich dieses Teil hier gerade auch ziemlich gut. Es macht nämlich alles, was in der Aura ist, extrem langsam. Dann sollte ich erstmal ganz gut zurechtkommen. Ich muss doch zum Shop. Ich habe zu viel Geld, um nicht in den Shop zu gehen. Kennt ihr das? So, die Eistränen sind noch ganz gut. Der Shop wird auf jeden Fall der links sein, nehme ich an. Ich meine, es gibt keine andere Möglichkeiten mehr. Ist noch nicht ganz da. Geh mal weg. Hast reingerannt. Brantley Bone? Ah, das ist einer, der explodiert. Das finde ich, glaube ich, nicht so gut. Aber bring den doch mal da drüben um. Dankeschön. Traumfänger, nehmen wir mit. Soulheart, nehmen wir mit. Weiter geht's. Ich meine, zeittechnisch stehe ich nicht gut da, aber, aber, wir sollten gut genug für Hasch unterwegs sein. Weiter, schon mal die halbe Miete. Ich werde mal nochmal Twitch chat refreshen. Das kann man nicht oft genug machen. Ich habe keine Ahnung, ob bei den technischen Problemen heute mich irgendeine Schuld trifft, aber ich habe das auch noch nie miterlebt, dass irgendwie die Chat ständig nicht da sind. Ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat. Ich will sich mal, wo ich anfangen sollte, darüber nachzudenken. Ich hoffe einfach, dass es morgen besser ist. Dann wiederum, ich wollte morgen im Stream in Pal World reinschauen. Vielleicht ist da besser, wenn ich ein bisschen den Chat nicht sehen kann. Vielleicht ist das schon besser. Nein, es wäre tatsächlich schlecht, wenn das Problem nochmal auftreten würde. Wäre ich nicht begeistert von. Lucky Penny. Mir fehlt Delirium, The Beast und Mother mit Tented Eden. Was ein bisschen nervig ist. Mal vor Hollow Knight zu Let's Play. Ich meine, ich habe damals eins zu Hollow Knight gemacht auf Mythos of Clipping ist das noch hochgeladen. Ansonsten würde ich aber irgendwann immer noch gerne einen Hollow Knight Randomizer machen. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Will ich in den Shop rein? Nein, wir gehen in den Shop rein. Ich habe goldene Schlüsse. Vielleicht ist was reduziert für sieben Cent. Geh mal weg. Ich muss sagen, ich nehme gerade so wenig Schaden in diesem Run. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord für mich. So wenig Schaden habe ich bisher noch in keinem genommen in der Runs. Sprachig und bin fast in den Brimstone gerannt. Dem könnte ich auch mein Geld geben, aber ich weiß nicht. Wir schauen lieber nächstes eben dann nochmal in den Shop rein. Fuck. Isaacs Heart habe ich wieder bekommen. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Egal, 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 egal. Wir haben Traktorbeam und ein und ein Soul Heart bekommen, also was soll's. Und ich habe natürlich dieses, äh, das gute Ding, jetzt mit dem ich, wenn ich die, wo kommt die fucking Kiste her? Was? Hä? Was für ein merkwürdiges Timing dafür. Fuck! Oh mein Gott, und ich habe... Kann ich irgendwo Schaden nehmen? Was? Was? Hatte ich gerade Sacred Heart? Egal. Ich will die, ich will die Soul Arts nicht verschwenden. Okay, weiter geht's. Warst du aus dem Dark Souls 3 Randomizer geworden? Was meinst du den von vor... Schnell, wann war das? Von 2017 oder so? Wenn ja, dann, äh... Keine Ahnung. Ich glaube, habe ich nicht fertig gemacht. So ein bisschen her an dem Punkt. Weißt du was? Wir holen noch ein paar Münzen. Okay, fein genug. Waren genug Münzen soweit? Oh nein. Yes! Sacred Heart. Sacred Heart und... Oh nein, ich bin aber langsam. Warum ist es immer irgendeine Scheiße dabei? Warum ist es immer irgendeine Scheiße dabei? Das ist halt dieses Teil, was meine Geschwindigkeit nach und nach aufbaut. Was zum Fick ist mit dem eigentlich gerade los? Chaos Card. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ich habe sogar Dry, Baby. Wir können doch nicht weitergehen. Nee, ich... Das Rauswoppen ist auch nicht. Ich werde eh getroffen, während ich kämpfe. Nee, 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 nee. Wir nehmen lieber noch die sicheren Items mit. Das ist schon die richtige Entscheidung. Das eine zusätzliche Item aus dem Boss Rush, die Wahrscheinlichkeit hat, dass es das wert ist, ist halt sehr gering. Oh, fuck. Ja, und dann mal mit. Dankeschön. Ich wünsche wirklich, ich wäre nicht so langsam unterwegs gerade. Naja. Man kann wohl nicht alles haben. Die Sacred Heart Feuerrate ist schon ziemlich enorm. Dreier Feuerrate mit Sacred Heart? Nicht übel. Nicht übel. Es wird nur Taurus gleich aktiv. Ich hoffe, ich habe gar keine Lust. Warum bekomme ich so viele Soul Hearts? Außer von Beck Fritte. Neun Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Okay. Noch ein Pin. Sehr schön. Store Credit. Da können wir nicht rein. Das Herz kannst du mitnehmen, was auch immer. Ich bräuchte sie eigentlich selber, weil ich an der Blood Bank noch ein bisschen was machen will, aber naja. Naja. Ach, Goldraum habe ich auch noch nicht. Ich denke, mir fehlt nur der Shop. Mir fehlt ja auch noch der Goldraum. Oh. Also, in Fachkreisen nennt man das ein ziemlich okayes Item. Komm, nimm einfach mit. Nimm einfach mit. Nimm einfach mit. Und dann sind wir weg. Weg sind wir dann. Du meinst, bei deinem Let's Dark Souls 1 Randomizer hast du auch mal wieder Lust auf den Dark Souls 3 Randomizer. Hättest jetzt wohl nichts rausgeworden. Ach so, ne. Den habe ich nicht gemacht. Oh ja, Dry Baby, sollte ich mit Ducktape an mich... Ne, warte. Habe ich Ducktape hier irgendwo? Ist ja gar nicht Ducktape. Das ist ja was ganz anderes. Ja, wenn ich es damit an mich kleben kann, wäre das gut. Ich überlege aber, ob ich mal wieder den Dark Souls 3 Speedrun Any% Glitch, das ist dank der Nachfrage, ob ich den lernen will. Ich habe dann sich von dem Jahr schon mal größtenteils gelernt, aber dann irgendwie nicht fertig gemacht, weil ich mir dachte, äh, hast du viel AMG-Kram und sowas. Aber ich glaube, darauf hätte ich mal wieder Lust. Komm, wir gehen hier noch rein. Kampf gegen Marm werden wir eh gleich erledigt haben. So. Nicht lange schnacken. Äh. Meint ihr, es lohnt sich, aus Polaroid mitzunehmen? Ne, ne. Wir nehmen lieber den sicheren Damage. Ne, ne, ne. Der sichere Damage ist besser. Was ist mit den Hochformat-Videos geworden, die du mal für drei, vier Folgen auf MOG gemacht hast? Ich habe das für null Folgen auf MOG gemacht. Ich habe das eine Battlefront of the S-Video so gemacht, aber das war irgendwie auch ungünstig und danach, äh, nie wieder eins. Habe ich den Scheißer-Haufen? Oh, ich habe den Scheißer-Haufen. Oh Gott. Ich glaube, die roten Haufen, die man damit holt, die bleiben noch für die ganze Zeit immer da. Das ist so ein guter Bild hier gerade wieder. Ich werde sehr stinkig sein, wenn ich den verloren habe. Oh Gott. Oh! Und es war gerade eben schon fast so weit. Außer von der Zellrion. Äh, sieben Monate. Resub, liebe lieben Dank. Ich habe Verzeihung, wenn ich irgendwelche Resubs oder sowas übersehe, aber bei mir funktioniert heute der Chat überhaupt nicht. Ich kann ihn irgendwie die ganze Zeit über nicht mehr sehen, aus irgendwelchen Gründen. Ich muss erst ein paar Minuten wieder laden. Das ist ein bisschen nervig. Wir werden die Pille nicht nehmen. Ich habe mich dagegen entschieden. Los, Bogatias! Oh Gott. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass wenn Gegner auf mich zugesprintet kommen, ich so langsam mit, dass ich nicht wirklich ausweichen kann. Waren die Degmerimmel-Shorts nicht hochkant? Das war einer. Es gab einen Degmerimmel-Short. Und ja, das ist, du kannst keine Shorts machen, die nicht hochkant sind. Ne, Moment, es waren zwei. Warte, warte, es gab noch die Apfelchips. Nein, ich sage falsch. Die Apfelchips, natürlich. Das ist das Video, das niemand jemals von uns vergessen würde. Das wichtigste Video von allen. Okay, so, meinst du gut? Das wurde aus dem Hörspiel-Stream. Ah, keine Ahnung, habe ich nicht gemacht, aber ich habe auch da noch auf YouTube. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, was mit Copyright-Kram auf YouTube ist und wenn da was erkennt mit Musik oder so, die nicht erkannt werden sollte, dann wird der Stream direkt offline gesetzt. Das ist also ein bisschen nervig. Ich dachte, dass dann geclaimed wird oder so, aber ne, dann wird man wohl direkt offline geschickt. Der Show bitte kocht, Pizza wird beständig vorgeschlagen. Ja, ich hasse das, das Standard-Fantland da vorne ist nämlich das komische Bild. Das ist ein komisches Bild. Das ist ein komisches Bild. Ich sage es euch, ich werde gleich zum zweiten Mal Perfektion bekommen, wenn es so weitergeht. Ein bisschen Geld. Katsching. Genau, wenn ich Geld habe, wollte ich eigentlich Judgements setzen. Gönn doch mal. Gönn doch mal jetzt. Was gönnt ihr denn nicht? Ist mir vor, in den Poképark reinzuschauen. Ah ja, irgendwann, irgendwann. Eines schönen Tages. Absolut kein Gönnjamin. Aber Angel Deal. Kommen, wir nehmen das und wir sind weg. Wir sind weg. Und ich bin wieder allein, allein. Morgen, Palbert, richtig, richtig. Starke Raum mit Tayden Eden lohnt immer. Ich sage es mal so, wenn wir nicht gerade zeitlich, ähm, nur ganz viel Zeit hätten, würde ich darüber nachdenken. aber, wir haben leider nur begrenzt viel Zeit. Noch dreieinhalb Minuten, yeah, shit. Ich meine, ich kann fliegen. Ne, das ist, das ist kein verkehrter Bild hier. Der ist, der ist in Ordnung, der ist in Ordnung. Damit können wir besser anfangen. Was? Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte jetzt nicht. Hey, Dagbam, kommt zurück. Jetzt nicht einfach wieder irgendwas in die Luft sprengen. Oh mein Gott, schaut euch, schaut euch den an. Schaut euch die an. Was? Oh mein Gott, sie blockt damit Projektile ab. Oh mein Gott. Wenn wir damit nicht so harsch kommen, werde ich so enttäuscht sein. Da werde ich so enttäuscht sein, wie noch nie in meinem Leben. Ich wurde fast von der Hand erwischt. Es ist ein bisschen gefährlich, weil die auch Bomben spawnen. Ich glaube, weil ich Dr. Fetus noch habe. Ich glaube, ich habe auch irgendwas, wodurch die Gegner reingezogen werden in meine C-Section-Jungs, aber ansonsten ziemlich cool. Wir müssen uns leider ein bisschen ranhalten. Super Secret Room ist hier. Tut mir leid, Dark Bar, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, aber wir können nicht, wir haben keine Zeit dafür. Wir haben wirklich keine Zeit gerade. Das kannst du mitnehmen. Top Spades? Natürlich, aber warum nicht? Okay. Ich bin doch ein großer Fan davon, dass ich ein Schutzschild habe. Erleichtert mein Leben natürlich auch ungemacht. Mein Gott, schau euch das an! Oh mein Gott, ich liebe das. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass das unser Bild gegen Hasch wird. Ich bin so dankbar dafür, ihr habt keine Ahnung. Also ich will nicht unnötig zuschlagen und riskieren, dass ich mich mit einer Bombe selbst in die Luft sprenger. Das sind keine Kindersoldaten, das sind Fötussoldaten. Mystery Egg, schätze ich. Bitte keinen Hit kassieren. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Versprochen. Solange sie nicht geboren sind, trifft auch kein Kinderarbeitsgesetz auf sie zu. Ich glaube, sie werden bei dem Angriff geboren, ehrlich gesagt. Conjoint? Nee. Ja, komm. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Hat übrigens nichts an der Feuerrate geändert, aus irgendwelchen Gründen. Es hat lediglich meinen Angriff erhöht. Warum hat es nichts an der Feuerrate geändert? Habe ich Small Rock irgendwo, äh, Rock Bottom irgendwo oder so? Hermit? question mark. Okay. Oh mein Gott. Das ist der beste Bild aller Zeiten. Schau, ich hasche an. Da ist nichts, was er machen kann. Sie schleudern alle Projektile weg. Es sieht so lustig aus, es ist so stark, es ist, es ist, es ist fantastisch. Es ist perfekt. Es ist absolute Perfektion. Ich hätte mir nicht mehr wünschen können. Es muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, wenn jetzt dann gleich die lilanen Projektile kommen. Da habe ich ein Problem übrigens. Ne, habe ich nicht. Die werden alle weggeschleudert. Da kommen einfach keine. Hätte auch genauso gut ein Schlag sein können an dem Punkt. Meine Güte aber auch. Ich sage nie wieder, was gegen das Schwert ich schon. Aber ich sage, also ich werde weiter nichts gegen C-Section. Was ist die Karte gerade? Bisschen störend ist die. Ich wurde nur meiner Meinung bestätigt, dass C-Section wahrscheinlich das beste Item im Spiel ist. Ja, ich würde sagen, ich wurde sehr stark in dieser Meinung bestätigt gerade. Es ist gut, mehr von diesen Begleitern dabei zu haben. Ja, warum nicht? Ich liebe es, dass die Gegner auch so ein bisschen reingesogen werden. Kann ich eigentlich fliegen? Nee, kann ich nicht. Ich kann sogar überhaupt nicht fliegen. Ich habe die Robo-Fly auch noch. Nein, nein. Ich hatte keine Angst. Du hast Angst. Lächerlich. Nein, die behaupten, dass ich Angst gehabt haben könnte gerade. Okay, wissen wir, was mir gerade auffällt. Ich wollte gerade ein bisschen Zeit schinden, aber warum würde ich nicht direkt zu Delirium gehen, wenn wir ihn finden? Worauf warte ich? Warte ich auf den stärkeren Bild oder sowas? Denn der wird nicht kommen. Wenn ich Delirium finde, gehe ich zu ihm rein. Solange ich noch diesen Bild habe. Ich habe das Gefühl, der könnte mit Delirium sehr kurz einen Prozess machen. Wie auch mit Hush. Los geht's. Wir haben ihn. So, jetzt wird's interessant. Ich kann mich einfach fern. Oh mein Gott, das macht so viel Schaden. Oh Gott. Ich werde einfach hier an der Wand stehen. Versuche, ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Oh mein Gott, schau euch an, wie stark das ist. Schau euch an, wie viel Schaden das macht gegen Delirium. Was? Ich wurde getroffen. Egal, wir haben ihn. Da war noch genug übrig. Da war noch genug übrig, damit er nichts mehr machen kann. Was hätte ich jetzt für ein Bild gehabt? Na, der wäre ein bisschen scheiße gewesen, muss ich sagen. Ein bisschen scheiße wäre das. Okay. Und wir haben es. Auf geht's. Auf geht's. Ich muss gestehen. Oh. Oh, okay. Äh, ich muss gestehen, ich habe nicht ganz so viel geschafft, wie ich gedacht hätte. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir machen noch einen Run. Ich werde auch was zum Trinken holen. Ja, Delirium ging so schnell down. Ich wurde auch nur einmal getroffen von Delirium. Oh, das war, das war, das war mehr als nötig, dass wir das noch schaffen. Das war nämlich eine lange Geburt, das hinzubekommen. Meine Güte, fünf Minuten Pause. Ich bin keine fünf Minuten weg. Ich bin gleich wieder da. Ich bin, ich bin, die auch eine das war. Ich bin, das war. Das war. Ich bin, das war. ja. Ich bin, die ich, Und wie versprochen bin ich zurückgekehrt. Ich dachte, ich hätte dieses Ich dachte, ich hätte dieses TM Trainer Item schon freigeschaltet. Ich dachte, das habe ich für die Challenge bekommen. Also für die. Was habe ich denn dafür? Ach, da habe ich die Glitch Ground bekommen, oder? Ich dachte, das habe ich schon gehabt. Aber ich glaube, ich habe es mal im Daily Run gefunden und nicht in dem richtigen Run. Ah gut, ich will sagen... Ähm... Mother or the Beast. Du hast kein Item freigeschaltet. Du hast jetzt Corrupted Data freigeschaltet. Ach okay, ich kann einfach Glitched Items in Secret Rooms jetzt manchmal bekommen. Wir machen jetzt nicht irgendeine G-Fuel Challenge oder sowas. Wir machen jetzt, ähm... Wir machen so weiter. Heute, heute ist der... Die vor... Heute ist unser Tainted Eden Tag. Und dabei bleiben wir auch. Ich mag es, wenn man das Glas bekommt. Mother or the Beast? Wonach fühlen wir uns? Ich bin... Ich bin auch eher in Mother-Stimmung, ehrlich gesagt. Are you a Wizard? Nee. Du Beast, habe ich mit... Äh, haben wir mich mit Zombiesoft versucht. Das ist jedes Mal schlecht ausgegangen. Wahnsinn. Dankeschön. Du auf Klaps. Yeah. Du auf Klaps. Yeah. So, warten wir eben, bis Are you a Wizard weg ist. Dann gehe ich weiter. Mother wird noch was. Ich meine... So oft, wie ich heute gegen Harsch gekämpft habe. Äh, wie nur man hat bei Mother weniger Items. Ach, fuck. Es ist... Es könnte ein bisschen nervig werden. Naja. Oh Gott. Geh dir bitte weg. Geh dir alle bitte weg. Es könnte durchaus etwas nervig werden. Ja, jetzt ohne den Harsch Zeitdruck zu spielen. Ist ein bisschen komisch. Ich meine, es war nicht zu viel Zeitdruck, aber... Man musste schon ein bisschen schön unterwegs sein. Komm, wir springen das mal eben weg. Da sind wir in den ganzen roten Herzen gerade. Ich wollte gerade sagen, wenn ich einen Sacrifice Room habe, dann könnte ich einiges machen. Aber es würde mir überhaupt nichts bringen. Bleib da, wo du bist. Dankeschön. Denn der Sacrifice Room, der ist nicht so hilfreich, wenn man nur ein rotes Herz hat. Aber vielleicht haben wir ein Sacrifice Room hier und vielleicht kriege ich gleich ein HP ab. Jetzt geht es eigentlich richtig los. Pass mal auf. Nein! Oh, ich habe stärkere Bomben bekommen. Genauigkeiten, ich habe mein Herz bekommen. Und ein Damage ab. Und eine schicke Frisur. Wir haben alles. Dahinten ein Geschoss auszuweichen. Ja, das ist optional. Rein optional ist das. Verrat ist ein bisschen Müll, aber... Naja. Naja, was muss man machen? Schlüssel. Sacrifice Room wird langsam unwahrscheinlich, aber ich würde die noch nicht ausschließen. Lass mich das Buch bitte auffüllen. Das Buch wäre sehr stark. Ach ja, der zählt nicht als zwei Räume. Okay. Ich meine, der Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Zählt das Item. Oh, Mongo Baby ist auch so gut. An sich. Es wird mir jetzt nicht so viel bringen, aber prinzipiell ist es gut. Ich glaube, unten sollte ein Secret Room sein können. Stark. Naja. Vielleicht auch nicht so stark. Okay. Ich bin es gerade so absolut immer noch gewohnt, dass ich mich beeilen muss. Ich dachte mir gerade, ich bin so langsam unterwegs, ich hasse das, aber... Ist ja egal. Ist einfach nur ein bisschen nervig, aber das macht an sich keinen Unterschied. Ah, wir gehen zum Mother, ja. Wie schaltet man den Rotten Becker frei? Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe absolut keine Ahnung. Fuck, ich konnte nicht weiter hoch. Wahrscheinlich mit irgendeinem Tainted Charakter, aber... Ich kann dir eine Sache versichern. Und die ist, dass der Rotten Becker ziemlich schlecht ist. Wenn ich mir vorstelle, dass der Rotten Becker irgendeinen anderen Becker verdrängt, dann... Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut den Gedanken daran. Oh, mit Tainted Apollyon muss man was machen, um ihn freizuschalten. Der gute Leech wieder mal am Carrying. Megasarter mit Tainted Apollyon. Nein, kriegt man nur die Scheiße dafür. Normalerweise ist der Megasarter mit Tainted Charakteren immer der gute Unlock. Beziehungsweise der interessante. In dem Fall nicht so sehr, habe ich das Gefühl. Ich wünsche mir wirklich, ich hätte nicht Tiny Planet, aber... Es ist auch nicht nervig genug, um mich treffen zu lassen, denn... Wir haben keinen Zeitdruck. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Leider. Jetzt kommt gleich einer und hebt einen Eimer hoch, oder? Ne, kein Eimerwerfer hier. Tainted Apollyon ist okay. Ich denke, das Problem an Tainted Apollyon ist hauptsächlich, dass er... Oh mein Gott. Was soll ich hier bekommen? Es ist hauptsächlich, dass er ziemlich uninteressant ist. Also, Freunde. Ich sage es mal so, den Typen hier jetzt dabei zu haben... Bin ich nicht so schlecht. Bin ich gar nicht so schlecht. Dachte ich zumindest. Nein, denke ich immer noch, dass Feuer... Au. Ich brauche ein rotes Herz. Ich brauche ein rotes Herz. So dringend brauche ich es auch nicht. Äh... Ah, fuck. Ich glaube, ich werde die Bombe dafür ausgeben. Ja, willkommen, Sefri. Der Knochenkumpel ist zwar von uns gegangen, aber er hat ungemein geholfen. Sollte man, wenn man mit Isaac anfangen möchte, Normal-Mode oder direkt Hard-Mode? Muss man hart erst freischalten. Äh... Ich denke, man soll jetzt mit Normal anfangen. Bei... Äh... Isaac mit den... Also normalen Rebirth und dann noch mit dem vor den ganzen... Äh, vor Repentance DLC. Macht nicht so viel Unterschied. Aber wenn du, äh, das ganze Herz mit auf Repentance arbeitest, dann sollst du auf keinen Fall mit dem Hard-Mode anfangen. Denn der ist ziemlich schwer. Sefri, du hast gerade den besten, äh, Bild überhaupt, den ich jemals hatte. Äh... Verpasst, leider. Und zwar hatte ich, ähm... Ich hatte ein Run mit Tainted Eden. Ich hab die ganze Zeit schon versucht, ähm, Delirium zu schaffen. Ich hab's sogar geschafft auch. Und zwar hatte ich so ein Bild. Ich hatte... C-Section. Und die Babys hatten alle Schwerter in der Hand. Und haben damit alles die ganze Zeit abgewehrt. Das war... Es war so cool. Müsste auf jeden Fall noch ein... Äh, müsste, glaube ich, noch ein Clip sein. Aber warum ist jetzt gerade mein Zeug re-rollt worden? Ja, da ist er, der Kindersoldaten-Cliff. Das war so stark. Das war so stark. Rootcake. Komm in den Rootcake. War Hard-Mode nicht nur, dass keine Herz-Spawn wurde, oder ist das verändert worden? Spawn in weniger Herz im Hard-Mode. Spawn auch mehr Champions und in Repentance. Repentance. Sind die Projektile der Gegner schneller. Und das ist eher so die, äh, problematische Sache daran. Uh, das gefällt mir. Die schnelleren Projektile sind sehr, sehr, sehr gefährlich. Ich hab halt auch richtig lang gebraucht, um mich in Repentance halbwegs einzufinden, deswegen. We-rollt also Items in komplette Random-Item-Pools. Das gefällt mir. Das würde ich gerne doch mal in der Praxis sehen. Sieht richtig geil aus. Ja, es war, es war ziemlich cool. Ich hab auch danach, ich hab damit, ähm, Hush beinahe komplett ohne getroffen zu werden geschafft. Und danach... Äh, und danach auch noch Delirium. Passt. Oh, nein! Also, bei Hush war ich gar nicht getroffen. Und dann Delirium auch noch, passt, ohne getroffen zu werden. Oh, nö, meine Rune ist weg! Warum ist die Rune jetzt... Ach, komm schon. Ich hab sie doch gerade erst kennengelernt. Ah. Immer ganz ruhig hier. Der kann auch mal ganz ruhig bleiben. Das ist nämlich eine Bombe. Affinpill. Hast du da Lost-Tipps? Äh, also für den normalen Lost, Holy Mantle freischalten. Für den normalen Lost willst du erst Holy Mantle freischalten. Dafür musst du im... Weißt du, im normalen Great-Mod, dafür musst du aber super viel einzahlen, was extrem nervig ist. Streamst du gleichzeitig auf Twitch? Ja. Muss man sogar bei Greedia einzahlen? Das macht's ja noch spaßiger. Vielleicht wieder noch was zum Rausworten. Außer von Croc, äh, frische Mitgliedschaft. Wie viel lieben Dank. Wie viel lieben Dank. Irgendwie 900 Münzen. Ja, ja, es war... Richtig nervig. Muss man super viel einzahlen. Für Tainted Lost das Holz-Kruzifix-Trinket? Nee. Also Tainted Lost habe ich immer einfach... Ich habe immer einfach gespielt und gesehen, was ich... Und geschaut, was ich bekomme. Ich meine, wenn der Run nicht direkt, äh, an irgendwas, äh, dumm stirbt, mit Tainted Lost, dann wird's ein starker Run. Mit Lost das Gleiche. Weil ich natürlich sagen muss, normalen Lost bin ich heutzutage nicht mehr zu schwer. Normaler Green Mode reicht für, äh, für, für, für den ganzen, äh, für Holy Meintel, für The Lost. Okay. Ja, ich, ich spiele... Ich habe gerne als Tainted Lost gespielt. Es wird zu spät, aber ich glaube, wenn du mit Tainted Eden durch ein Reroy Glowing Hourglass bekommst, kannst du den Fehler wieder beheben, weil ja der Room dann nie passiert ist. Oh ja, ist ein bisschen viel zu spät dafür, glaube ich. Da kann ich nichts mehr testen in der Richtung. So, dann werden wir mal eben den alten Duke of Lies nochmal killen. Und ein Bonus-Boss-Item abstauben. Au. Oh Gott, geht weg. Haha. Mensch, das ist doch schön, wenn der, wenn der, äh, Tainted Eden Nervenkitzel durch den Lost Nervenkitzel ersetzt wird. Ah, schön. Fühlt man sich direkt wieder lebendig. So, dann kann ich ja auch, äh, was ich weiß, was wir lassen, ist mit der Bombe jetzt. Vor allem, weil ich noch zwei Bomben brauche. Oh oh. Wirklich. 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 Okay. Dann haben wir ja noch einen Versuch. Wir lassen mal. Wir lassen mal Buru-Revy das Ganze mal machen. Fünf Bomben. Bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von, aber naja, naja. Der Run hat bestimmt sehr viel Potenzial, noch stärker zu werden. als das Fan von vorhin stark war. Ich hab keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, er hat ja mehr Potenzial gehabt, als das, was wir jetzt letztendlich bekommen haben. Er ist noch einen richtigen Bums dahinter. Oh Gott kann ich euch bitte mal sehen Die fucking Bombe hat so viel Schaden gemacht. Oh, ich hoffe, dass wir diesen Duke of Lies hier nochmal bekommen. Dann werde ich das Ganze nochmal machen. Dann werde ich das Ganze nochmal machen. Hat sich erledigt, hat sich erledigt, alles gut. Wie funktioniert nochmal der Ramming Speed mit... Oh Gott, mit diesem Teil. Das ist eine Sache, die ich ja auch immer so ein bisschen vergesse. Kann ich damit einfach in Gegner reinrennen? Ich meine, ich werde es nicht versuchen, aber... An sich ja, oder? Oder? Ja? Ja, versuchen es. Na, äh... Ah, nee, nee, es... Ist halt ganz schlechter Gegner, um sowas auszuprobieren. Ganz schlechter Gegner für sowas. Ist doch mal die Bombe! Sollen du renn... Äh... Läufst, überrennst du alle Gegner? Ich habe fünf Bomben und so verschwendet, aber es ist okay, wir leben. Oh Gott, habe ich... Na, nee, das ist das Teil, das mich, glaube ich... Ist das das Wurf-Item? Nee, das ist das, damit ich, ähm... Zu Beginn von jeder Ebene re-rollt werde. Oh, Dad's Key würde ich gerne behalten, ehrlich gesagt. Lucky Penny. Ah, das ist keine Option für mich. Mit maximaler Laufgeschwindigkeit über Kleinvieh. Was heißt maximale Laufgeschwindigkeit? In dem Fall, muss ich die zwei haben, oder... Mit der maximalen, die ich habe, also den Stick voll durchdrücken. Ah, die Krone als Trinket bringt, glaube ich, dass ich... Drei Wisps bekomme, wenn ich eine neue... Nee, man bekommt in der Kathedrale, äh, Gold und, äh... Goldraum und Shop. Ich habe mich gerade erinnert, dass ich das nachschauen kann, wenn ich Select drücke. Uh. Stick voll durchdrücken? Okay. Das ist auch ein Item, das ich irgendwann mal tatsächlich einsetzen sollte. So, dass es was bringt. Ich bin kein Fan von diesem Raum gerade. Ach, ich habe Lipporte. Nö, bitte, 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 bitte. Bitte nicht. Bitte nicht Lipporte. Da bin ich gar kein Fan von gerade. Aber... Wir haben ein bisschen Geld gefunden. Huffrow? Huffrow ist leider mit diesem Charakter relativ unnütz. Das ist okay, wir nehmen es trotzdem mit. Ah, ich glaube, dann kann ich weitergehen. Ja, wir gehen weiter. Ja, irgendwann muss ich Raming Speed mal in dem Run tatsächlich verwenden. Das ist auch so ein Item, das ich nie wirklich auszunutzt habe. Und vielleicht... Vielleicht wird es ja so gut wie der Strohhalm. Den ich seitdem immer noch nicht tatsächlich... Ähm... Nein, in Secret Room? Ne, ich war im normalen Secret Room, der super Secret ist. Äh, was auch immer. Ist mehr gesagt die Bomben nicht wert. Oh Gott. Äh... Äh... IBS. Läuft ja gut soweit, läuft ja gut. Jetzt kann man warten, mich selbst die Luft zu sprengen. Ich glaube, das ist so ein Item, das man am wenigsten freischalten will. Es ist einfach nur schlecht. Ich meine... Vielleicht kann der Secret Hartaufen gut sein oder so. Aber du sprengst dich oft selbst in die Luft und... Statt zu feuern, wirfst du noch einmal in den Haufen. Ist einfach nur sehr irritierend und... Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Da kommt wieder einer. Entschuldigung, ich muss gleich mal was... Abdrücken. Oh Gott. Ich hab die Bomberman-Bomben. Wir haben das Ganze ein bisschen gefährlich gemacht. Tier 2. Komm, wir kriegen was Höheres. Bomberman-Bomben ist fantastisch. Oh. Oh, oh. Okay. Wir müssen zum Boss gehen. Denn ich hab das Gefühl, meine Bomben... Die werden gewaltigen Schaden raushauen. IBS ist Kidney-Zone in Scheiße. Ah, yeah, yeah. Ein Stück weit, ein Stück weit. Nierensteine sind natürlich... Wenn wir mal über das echte Leben reden. Ich hab das Gefühl, ich bin in der genauen Zielgruppe dafür, irgendwann welche zu bekommen. und das gefällt mir nicht. Aber ich mach auch nichts, um es zu verhindern. Ich mein, wir... Wär nicht so schwer, einfach mal... mehr Wasser zu trinken, aber ach. Ich will viel lieber den größten Schmerz verspüren, den ein Mann verspüren kann. Hätte ich viel mehr Lust drauf gerade. Ich glaub, es ist ganz schön unangenehm. Ja, das erzählt man sich. Fuck. Ja, bleib mal da unten, bleib mal da unten. Bleib mal da unten, ihr Schädel. Komm mal nicht zu mir. Dankeschön. Oh, jetzt gutes Monster-Energy. Ich denke, ich bin ganz zufrieden damit, dass ich Energydrinks nicht sorglich gut leiden kann. Ich hab das Gefühl, das erleichtert mein Leben. Was ist das hier gerade? Sag mal, haben die neue... Haben die generell neue Räume ins Spiel gebracht mit... Oh mein Gott, was? Was? Okay, okay. Es waren doch jetzt... fucking sechs, ähm... sechs Zonats oder so. Mein Gott. Dafür säufst du Cola ohne Ende. Ich mein... Ja, aber es stimmt auch nicht so sehr. Es sind 0,6 Liter pro Tag, okay? Zwei Dosen in der Regel. Es ist nicht so wenig. Aber es könnte auch deutlich mehr sein, okay? Will ich einfach nur sagen. Wünschte, ich hätte noch die guten Bomben. Oh! Oh! Was ein Treffer! Und noch ein Soulheart, klar. Hab ich gerade eins gebraucht. Lass mich schon, wir gehen langsam die Soulhearts aus. Ah. Ich mein, mehr Soulhearts. Yippie. Mann, schon mal mehr? Das stimmt nicht. Ich hab... Ich hab Gurnergy probiert, weil ich die für... Das ist eigentlich ein schlechtes Trinket gegolpt. Ich hab den gekauft, weil ich die eigentlich für ein Dekmerimme-Video anschauen wollte. Also probieren, keine Ahnung. Und, ähm... Dann... Ich hab letztens dann... Was war das? Heilige Drei Könige. Vergessen, dass Feiertag ist. Wird keine Geschäfte offen. Und ich hatte wirklich nichts mehr da. Und dann dachte ich mir, äh... Okay, dann werd ich vielleicht so ein Gurnergy probieren und... So. Ich wüsste halt jetzt nicht, warum man es freiwillig trinken würde. Es ist... Nee. Nee, nee. Fuck, 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 fuck. Nee, 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 nee. Da fand ich sehr schrecklich. Kokosnuss war eine... Äh, ich hab zwei Sorten probiert. Ich glaub, Kokosnuss war die, wo ich nur zwei Schlück genommen hab und mir dann gedacht hab, nee. Nee, 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 nee. Gab es dir Zeit, wo du... Oh Gott, was mach ich hier. Gab es nicht Zeit, wo du gemeint hast, dass du abgewöhnen willst, weil das nicht mehr... Nee. Tatsächlich nicht. Aber ich wollte mir... Ich wollte mir die Cola abgewöhnen und dann dachte ich mir, nee. Weiß nicht. Wollen wir es halt auch die Sache... Ist auch nicht wirklich besser, wenn du stattdessen dann Getränke mit Zucker zu dir nimmst. Man redet sich das gerne ein, aber es ist halt wirklich auch echt nicht besser. Candle. Ich mach bei Cola den, äh, äh, Zuckerbelag auf der Zunge danach nicht. Ich bin aber nicht der größte Fan von normaler Cola. Fanta Lemon Zero ist meine neueste Obsession. Ich hab aktuell so'n, äh, fuck. Ich weiß gar nicht, von was das ist. Irgend so'n komisches, ähm, rote-Früchte-Zeug. Also auch mit relativ wenig Zucker. So'n Erfante Exotic vom Döner, Mann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich zwangsweise... ...Eine Erfante Exotic zu meinem Döner haben will. Ich hab das Gefühl, dass... Ne, ich glaub, dass das ist keine gute Kombination. Naja, hier war der mit den ganzen roten Kisten. Föss lauert? Nein. Ey, 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 ich weiß nicht. Das sollte ich mehr ertrinken, aber das mach ich nicht. Mich hat's viel geholfen, einfach von Cola zu Sprite zu wechseln. Auch wenn's in der Schweiz eine gesündere Rezeptur hat, aber... ...könnte mein Gehirn da gut umgewöhnen. Äh. Er hat das vorhin, weil... ...jemand geschrieben hat, er... ...trinkt immer, äh, Dicksaft und mischt mit Wasser. Da, 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 ist der Fruchtsaft gemein. Ich dachte, das... ...das wäre irgendein Agavendicksaft mit, äh... ...Wassersituation oder sowas. ...wird schon seinen Grund haben. Das kann man da weg. Nicht springen. Dankeschön. Für Neuigkeiten, ich hab den Boss besiegt. Willkommen Seife. Seife, Seife. Was ist Seife? Ah, wir haben den Secret Room noch nicht gefunden. Bei Aldi gibt's vielleicht ein paar Extreme Lieder und trinkt in jedem meiner Streams. Schmeckt eigentlich echt gut, finde ich. Äh. Hier immer zu Rewe oder Edeka zum Einkaufen. Diese, diese Aldi-Produkte sind für mich eine, äh... ...exotische Fantasie. Oh, bisschen Geld. Hallöchen. Wir können auf jeden Fall in der Spielgebene den Shop noch re-rollen. Rewe und Edeka sind doch voll teuer. Äh. Dann mein ich... Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das sind so Sachen, es ist... Es ist wirklich sehr lang her, seit ich auf sowas geschaut hab. Nein, war das Item gerade nicht super gut? Fuck. Wir sind gerade zweitmal durch die Corona-Positiv-Zeit. Danke dafür. Oh, shit. Gute Besserung. Ich hoffe, es ist nicht zu übel. Ich konnte mich bisher erfolgreich mit meiner Taktik, das Haus nicht zu verlassen. Außer... ...um zu Rewe oder zu Edeka zu gehen. Ganz gut davor drücken. Ah, warte. Ja, ich hab meinen Kipis mitgenommen, richtig? Richtig. Den Shop brauchen wir auch nicht mehr. Ich hab 13 Bomben. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter, hab ich beschlossen. Was macht mein Spacebar-Item? Äh... Platz verspenden, zum einen. Zum anderen, äh... Wenn man's einsetzt, beschwört man Delirium in irgendeiner Form und der ist dann... Ich glaub, für einen Raum da... Es ist richtig schlecht. Es ist richtig, richtig, richtig schlecht. Kostet das nicht sogar zwei Herz im Devil Deal? Oh, danke. Danke! Was mit den Soul Hearts aktuell? Warum hab ich das zumme Item behalten? Ich hasse das. Wir setzen's ein. Oh Gott. Delirium, du bist nicht hilfreich. Oh mein fucking Gott, du bist so dermaßen nicht hilfreich. Du machst alles noch so viel schlimmer. Und was wären da? So, und jetzt haben wir... Was sind das? Zwölf Räume, äh... Aufladen. Und er macht nicht mehr guten Schaden. Er hat den Gegner nicht mehr gekillt. Ich hasse es, diese ganze Begleitarbeit zu haben. Das macht gerade alles so verwirren. Sicherstellt, dass du nicht im Bubi-Burger-Modus bist. Ja, hab ich. Etika ist genauso teuer wie Lidl und Aldi, was 90% der Produkte angeht. Ich weiß nicht, wie so Leute das immer behaupten. Ich mein, ich denke, es kommt drauf, wie viele Eigenmarken du kaufst. Ich mein, bei Aldi und Lidl sind ja hauptsächlich Sachen Eigenmarken. Ja, im Prinzip ist halt das Markenzeug immer teurer, oder nicht? Warum mache ich... Sieben Schaden mache ich gerade. Das ist ein Jübel. Das ist ein Jübel. Tja. Würde ich sagen, wir... Okay, warte, warte. Okay, ich muss fragen. Freeway-Cola. Das hatte ich so lange nicht mehr. Ich kann euch aber sagen, die Salami-Pizza von Jahr ist die widerlichste Scheiße, die man irgendwo nur kaufen kann. Das Kaufland, wenn es ich eigentlich mag, finde ich auch von der Qualität her voll in Ordnung. Ja, ich mein, bei Kaufland kauft man eh in der Regel größere Sachen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass dann vielleicht ein bisschen günstiger ist. Ob ich das ein bisschen so berechnen kann. Äh, genau, mit den Items, was ich fragen wollte, weshalb ich stehen geblieben bin. Weshalb ich stehen geblieben bin. Die Sache mit den verschiedenen Tiers von den Items. Die Items, wenn ich rerolled werde, bleiben die bei den Tiers oder... Oder wird das ungefähr, ähm... Ist das eher irrelevant? Weil Almond Milk wäre natürlich lustig jetzt zum Mitnehmen, aber ein Tier 1 Item... Ich hab halt wirklich keine Ahnung, ob das eine Sache ist. Das wäre, glaube ich, gut zu wissen. Ne, du hattest eben die Uhr. Ja, die werden ja nicht zu 100% immer. Das ist auch wie mit den Item-Pools. Wenn du ein Angel-Deal hast, wird es auch nicht zu 100% zu einem Angel-Deal-Item, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und deswegen, wenn es mit höheren Tier-Items auch so ist, dann würde ich ja versuchen, davon welche zu bekommen. Nimm's einfach, du wirst eh getroffen. Ja, aber ist ja trotzdem, würde ich das eigentlich ganz gerne über den Charakter, bist du ehrlich gesagt. Getting Items from all consistently positive Item-Pools can make a big difference. In particular, Angel-Room-Items und Planetarium-Items are high quality on average. Ja, das, das beantwortet die Frage nicht wirklich. Außer, dass, ähm, Item, gewisse Item-Pools besser sind als andere. Naja. Wir nehmen die Allman-Milk. Oh, richtige Entscheidung. Das andere Item waren nämlich scheiße. Das war nämlich scheiße. Ich war auch, äh, vor ein, zwei Jahren großer Fan von den Gustavo-Gusto-Pizzen. Aber inzwischen muss ich sagen, für Käse für ein Halleluja. Aber wenn ich daran denke, würde es zu mir zunehmen, würde mir ein bisschen schlecht werden. Kann ich Brimstone? Nee. Oh mein Gott. Ich dachte wegen den Hörnern und wegen dem Aufladen. Ich wüsste doch nicht, wo der herkommen sollte, weil ich keine Davide-E-Litems habe. Es war wohl eine optische Täuschung. Ah, Keepers-Box ist leider null. Tier macht keinen Unterschied. Okay. Die Bigs, die Big-Pizza. Das ist nicht immer eklig. Ich bin aber auch wirklich gar nicht mehr der Tiefkühl-Pizza-Typ. Ich will ja nicht zu sehr der Typ sein, aber... Ich habe mir ja um Weihnachten rum... Ich habe mir einen Thermomix geholt, okay? Und seitdem bin ich tatsächlich jeden zweiten Tag immer am Wasser kochen. Ihr fragt euch, was habe ich heute gemacht? Die Antwort ist... Ein Hirsorto. Das ist ein fucking dummer Name. Ich kann nicht glauben, dass sie den offiziell verwendet haben. Aber das ist einfach quasi ein Risorto mit Gold-Hirsen. Aber es hat mein Leben sehr bereichert, möchte ich einfach nur anmerken. Oh ja, jetzt hätte ich Aerys mal ausprobieren können. Geh bitte weg. Oh nein. Okay. Das ist ein gefährlicher Raum. Das ist ein sehr gefährlicher Raum. Ich weiß nicht, was ihn gefährlicher macht. Ob es das Feuer ist oder ich selbst. Das könnte alles sein. Gold hier ist von Haribo. Vielleicht. Tatsächlich war das Rezept gar nicht mal so gut. Ich habe das schon mal vor ein, zwei Wochen gemacht. Da hatte ich aber irgendwie so ein minimal anderes. Und das war besser. Heute ist irgendwie alles zu so einer gewaltigen Pampe geworden. Und ich habe noch super viel davon übrig, was ich dann morgen noch warm machen und essen werde. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Konsistenz ist sehr unbehaglich. Ich habe das Gefühl, wenn man von einem Lebensmittel sagt, dass die Konsistenz unbehaglich ist, ist das immer eher ein schlechtes Zeichen. Ach, kommt schon. Nein. Okay. Aktuell läuft es doch irgendwie gerade gar nicht mehr so gut in dem Run. Dabei haben wir gut angefangen. Dabei haben wir so gut angefangen. Au. Angel Deal. Angel Deal. Angel Deal. Oh mein Gott. Keine Übung. Angel Deal. Keine Übung. Ich spreng das mal eben noch weg. Ich habe jetzt so viele Angel Deal Items in der Rotation. Gulb? Was habe ich gegulbt? Oh, dass das dann mit Gegner ein bisschen verbrenne, wenn ich den Raum betrete. Wann Dekme rimme mit Thermomix? Ja, das wäre nicht so aufregend, glaube ich. Mikrowellen sind so unnötig. Mini-Backofen ist das Leben. Hä? Eine Mikrowelle und Mini-Backofen oder generell Backöfen ist erfüllt auch ganz anderen Zweck. Die Mikrowelle verwendest du, um Dinge aufzuwärmen. Ich bin natürlich auch ein eifriger Mikrowellen-Nutzer, seit ich den Thermomix geholt habe. Selbstverständlich bleiben üblicherweise Dinge übrig und die muss ich dann warm machen wieder. Ich will sie ja nicht in den Kühlschrank-Temperatur erst. Warum bin ich hier reingegangen? 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 Ach. Oh. Entschuldigung, ich war kurz ein bisschen verzweifelt. Es gibt Menschen, die benutzen Mikrowellen zum regulären Kochen. Ich habe ja ein Mikrowellen-Kochbuch aus den 70ern bestellt mal. Habe ich bestimmt stolz 1,20 dafür gezahlt. Ich dachte, dass da super lustige Rezepte drin wären, aber nee, nee. Wie sich herausstellt, haben die Leute in den 70ern schon halbwegs gewusst, wie man kocht. Muss wirklich in die 50er oder 60er gehen, um das komische Zeug zu bekommen. Nicht vor Kriegszeit. Da war es noch relativ traditionell, sondern das, was nach dem Krieg war in der Zeit so ein bisschen. Das war das komische Zeug. Da haben sie einfach alles, was sie finden konnten, zusammengeworfen. Äh, wollen wir wollen weiter? Ja, ich schaue noch kurz in den Shop. Ich weiß nicht, was da noch drin war. Wie automatisiert ist der Thermomix? Kann ich mir sehr wenig vorstellen, dass es so easy ist, wie wir alles sagen. Ich meine, du hast halt so eine App. Funktioniert auch mit dem Gerät selber. Wählst du ein Rezept aus. Dann, ich meine, du kommst das Zeug dafür. Und dann steht zum Beispiel, es beginnt immer damit, dass dran steht, äh, eine Zwiebel halbiert einwerfen. Dann soll es eine Zwiebel. Du schälst sie, halbierst sie, wirfst sie rein. Dann vielleicht noch eine Knoblauchzehe oder so. Dann machst du einen Deckel drauf. Dann wird das, äh, erstmal geschnitten auf Stufe 5 oder was auch immer das ist. Dann macht es ein Geräusch. Und dann steht sowas dran wie, keine Ahnung, Wasser rein. Bisschen, äh, Gemüsebrühe. Und halt immer Schritt für Schritt musst du dann immer einfach was reinwerfen. So diesen ganz kleinen, minimalen Arbeitsschritten. Vielleicht dann noch Paprika schneiden. Und man kann nicht wirklich irgendwas falsch machen. Es ist sehr simpel. Du musst auch nicht wirklich drüber nachdenken. Fühlst du ja fast wie eine Tupperpartie. Ja. Aber es ist relativ einfach. Die Maschine schneidet es selbst. Ich meine, sie hat halt so ein, im Grunde ist es ein Toff mit so einer Klinge unten drin. Also sie kann jetzt nicht, du musst schon Dinge sowas, wenn wir jetzt darüber reden, über Paprika oder Kartoffeln oder, oder in meinem Fall, was ich oft mache, ist so ein Süßkartoffel-Chili. Ah, Süßkartoffeln muss man selber dann in Würfel schneiden, weil das Teil kann halt wirklich nur Dinge quasi klein häckseln in verschiedenen Stufen. Also kann auch nicht alles schneiden. Aber bei sowas wie Zwiebeln ist es relativ egal, wie sie kleingeschnitten waren dann an dem Punkt. Au. Was passiert, wenn man sich nicht ans Rezept hält? Kommt das, äh, kommt da dubioses etwas raus? Da ist man tatsächlich sehr frei. Du kannst, äh, Schritte einfach beliebig überspringen oder so, da weniger reingehen vor dem Zeug, oder was auch immer. Ich denke, wenn du dein, äh, Haus anzündest, ist dein eigenes Problem. Gibt es das Wirb, ein Kunden bekommt gratis Kochbuch-Modell noch. Äh, so viel wie die fucking Kochbücher bei denen kosten, würde ich das hoffen, dass man eins gratis kriegt. Das war halt, eins zu kaufen war auch eine etwas komische Erfahrung. Oh, 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 oh. Die Sache war nämlich, dann wurde, wo ich direkt gefragt, hey, willst du einen Thermomix-Berater aus deiner Gegend haben, damit, äh, wo du dann hingehen kannst, so einen kleinen Workshop machen, damit du lernst, wie das Gerät funktioniert. Was, ich mein, ist bestimmt nett für alte Leute oder so. Also, ich, ich hab keine Ahnung. Aber ich dachte mir, ich, 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 ich glaub nicht, dass ich, äh, einen Crashkurs brauche, ja. Ich hab Nein gedrückt, weil da ist mir ja auch dann direkt eine Person vorgeschlagen worden, auch mit, keine Ahnung, mit einem Bild und sowas, wo sie wohnt. Und ich dachte mir, nee, das ist, das, das, das finde ich sehr komisch. Das finde ich sehr, sehr komisch. Können wir das bitte nicht machen? Ich hab, ich hab auch Nein angeklickt, dann bekam ich trotzdem eine Mail, wo sie dann wieder dabei war. Und ich dachte mir, das ist so komisch, hör auf damit. Hört auf, mir das anzudrehen. Ich, ich, ich will das wirklich nicht. Vor allem, es ist so ein simples, ich mein, ja, okay, es ist, es ergibt Sinn für alte Leute, die keine Ahnung haben von Technik. Ich hab nach einer App gesucht für meinen Scanner. Uh. Und, äh, das ist so ein Absence-Scanner. Oh, die Chili verpassen. Und wenn ich danach im Playstore gesucht hab, war halt auch direkt ein Begriff, der mit eingegeben wurde, war dann Absence-Scanner-App. Wer, 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 wer gibt, wer geht in den fucking Playstore und gibt App ein? Hallo, ich hätte gerne die WhatsApp-App. Ich mein, ich schätze, es machen viele Leute, weil es ganz oben bei den Suchvorschlägen stand, aber... Das sind die Leute, die den Thermomix-Crash-Kurs brauchen. Das sind die, die den Crash-Kurs brauchen. Der Erbsen-Scanner. Ja, ja, quasi. Diese, äh, diese Woche kommt ein Video über... Ich will mich überhaupt machen für die ganze Scheiße hier. Oh, sehr schön. Ah, dieses Wochenende kommt ein Video über Spongebob-Comics. Dafür musste ich einiges einscannen, da hier, hier kommt der ganze, äh, der Übergang mit ins Spiel. Und ich, ich denke, es wird ein super cooles Video. Zum einen. Und zum anderen... Das war ein Video, über das ich mir die Frage gestellt hab. Ich will noch das ein oder andere. Ich will auf jeden Fall demnächst dann auch ein Video über Simpsons-Comics machen. Die sind übrigens nicht so cool wie Spongebob-Comics. Bisher. Ich, ich, ich mag die Simpsons-Comics nicht zu sehr aktuell. Und, äh, da ist die Sache... Der Scanner, den ich da hab, ist halt... Ich hab den eigentlich da, weil der Drucker ist, aber der war irgendwie verstopft und... Ich kann ja auch nicht... Also, das Druckkopfteil war verstopft und... Ich hab mich jetzt irgendwie noch da, das... Und dann dachte ich mir, ja, ich muss was einscannen, wenn ich ihn dafür nutze und... Ich hab fast das Gefühl, wenn ich mehr so Zeitschriftvideos noch in der Form machen will, sollte ich mir einen besseren Scanner zulegen, weil... Die Auflösung von dem ein bisschen scheiße ist. Das ist eigentlich gar nicht mal so optimal. Und das ist eine komische Situation, weil... Wer, wer hat sich jemals... Wer hat sich jemals in so einer Situation wiedergefunden, dass er sich dachte, Mann, ich brauch einen neuen Scanner. Meiner hat da einfach eine zu geringe Auflösung. So, sowas passiert normalerweise nicht. Oh, wir haben C-Section, wir haben C-Section, wir haben C-Section. Keine Übung, C-Section, keine Übung, keine Übung, C-Section. Und Immunität gegen Explosionen. Keine Übung, keine Übung. Der alte Host-Head. Der ist immer für mich da. Ich komme jetzt noch mehr für den Geister und was machen wir hier gerade? Ich hätte ihn übrigens immer noch nie mit einer Chaos-Card besiegt. Nein! Nein! Ich habe so elendig viel HP gerade verloren in dem Kampf. Oh ja, den Joker können wir einsetzen jetzt. Stimmt. Dafür habe ich ihn zur Seite gelegt. Joker. Äh, ne, 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 ne. Den Devil, den können wir, den können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Schon was geschafft mit Tentat Eden heute? Ich habe Hush geschafft und, äh, Delirium. Und für Delirium habe ich sehr lange gebraucht. Welches Programm bestand ich so eigentlich? Die Videos, ich nutze Vegas 17 und bin mega unzufrieden. Ah, ich nutze Premiere Pro. Vegas ist immer... Alles, was ich von dem Programm gesehen habe, war auch immer sehr dubios für mich aus. Aber an sich soll DaVinci Resolve auch ziemlich okay sein. Was vom Workflow sehr ähnlich wie Premiere ist, aber es ist gratis. Magnificates Power ist doch gut. Ja, aber du weißt, welcher Charakter ich bin, oder? Dementsprechend, äh... Ja. Das Hauptproblem ist halt, die Devil Deal Items können zu 9 Lives werden. Und wenn sie 9 Lives werden, bin ich einen Schlag vom Tod entfernt. Oh Gott. Oh Gott. Ist schon wirklich erstick gerade. Okay. Ja, ich glaube, ich lebe. Ich glaube, ich lebe. Ich glaube, ich bin damit zufrieden, bin mit dem Kram, was ich mache. Ich meine, das Zeug, was ich mache, ich mache nicht allzu viel. Ich editiere Videos nicht gerne. Das heißt, was ich inzwischen immer viel mehr mache, ist einfach, dass ich mehr Zeit darauf, ähm... da in den Messerensachen zu filmen. Boah, weil das Zeug, wenn ich das Zeug gefilmt hätte, dann muss ich jetzt auch nicht mehr, muss ich nicht mehr allzu viel dran editieren. Muss ich nur noch da einfügen. Oh, ich hasse das hier gerade. Ich glaube, ich will jetzt die da oben erwischen. Das finde ich angenehmer. Editieren ist wirklich... Es ist so langwierig und nervig. Filmora, Wondershare, ich habe... Ich habe nicht wirklich irgendwas außer Premiere verwendet. Ich habe keine Ahnung. Als ich angefangen habe mit Videos, habe ich, ähm... Magic's Video Maker verwendet. Wo ich irgendeine sehr legal mitgefunden Version hatte. Das war sehr eingeschränkt und... Ja, da habe ich mir die Creative Cloud geholt und seitdem war ich Premiere immer. Mir ist leider das Editieren wichtig. Au. Oh nein, 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 nein. Oh, das war scheiße. Oh, das war so schlecht. Das war so schlecht. Wie konnte ich gerade so viel Leben verlieren? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das hilft. Das Ganze mit dem Editieren mal ab. Nein, geht übrigens so weit. Ich habe dieses Jahr... Mit dieses Jahr meine ich letztes Jahr. Äh, letztes Jahr. Eigentlich ein paar von diesen... Was weiß ich? Das Video zur Hugo Show und sowas und ähm... Spiele... Was? Spiele Galaxie? Nee, es hieß irgendwie anders. Weiß auch immer, äh, zu so ein paar Serien und sowas, dieses editiertere Zeug gemacht. Und dann dachte ich mir, yeah. Das sind ja eigentlich ganz gute Videos. Die kommen auch gut an. Wahrscheinlich sollte ich sie weitermachen. Dann dachte ich mir... Ich habe wirklich keine Lust. Ich habe wirklich keine Lust, dann regelmäßig das Zeug zu editieren. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich keine Lust. Ich glaube, ich würde meine Zeit lieber wirklich für irgendwas anderes investieren. Und dann habe ich, äh, habe ich mich dazu entschlossen, das nicht weiterzumachen. Das Stellung der Bethlehem ist nicht verkehrt. Wir editieren... Äh, ein paar Videos, die ich gemacht habe, sogar Spaß gemacht, aber... Dann beansprucht zu viel Zeit. Es ist, es ist okay, es ist okay, aber... Ich meine, wie lange mache ich das Ganze seit 10 Jahren? Ich habe 5000 Videos gemacht oder so. Wovon natürlich die meisten einfach nur Let's Plays waren, die ich reingepackt und dann, äh... Durch die Render-Minen gejagt habe, aber... Dennoch. Dennoch. Vor allem habe ich auch die, äh, Ehre immer, wenn wir, ähm... Wenn ich so ein Konsolen-Video oder sowas machen will, sowas wie das PSP-Video zum Beispiel. Was ja dann... Fuck! Ich habe mir Leben bekommen. Was ziemlich lange Videos sind und die muss ich halt auch... Ich meine, da führt kein Weg dran, vor allem dass ich sehr meditiere und... Ach, ich weiß nicht, wie lange man an so einer Scheiße sitzt. Ich meine, manche werden es wissen, aber... Gott. Ist das noch live? Ja. Also, die Pro-Version viel besser als Premiere von der Creative Suit 6? Äh... Ich... Ich weiß nicht, also... Also, Creative Suit ist halt schon... Es muss ja auch 10 Jahre so her sein, seit es die nicht mehr gibt. Also, es ist ja eine sehr, sehr viel ältere Version. Ich... Ich habe keine... Ach, fuck, warte. Jetzt setze ich die Soul Arts ein, richtig. Ey, ich habe keine Ahnung, was... Also... Ich würde mir wünschen, dass es besser ist, aber... Naja. 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 Premiere hat manchmal... Premiere geht immer einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück, so ein bisschen. Also, keine Ahnung. Ah, fuck. Ich glaube, wir schauen in den Cursed Room. Das kostet mich ein halbes Herz. Äh... Nee, okay. Wir machen... Wir machen... Wir machen einmal im Secret Room, okay? Placebo? Was soll das denn jetzt? Gib mir was Gutes. Ah, ich muss erst auf... Ah, fuck. Und ich bekomme ein Active Item. Ein Active Item. Natürlich ist es jetzt sechs, Alter. Wenn wir eine kostenlose Variante von Informatiker-Kollegen gibt, sollte man besser nicht ablehnen, oder? Ja. Weil es sollte auch für alles soweit noch funktionieren. Denke ich. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kriegst du immer Magic Skin. Ich weiß gar nicht, ob das mit Tainted Eden auch so sein wird, aber... Ich dachte, so ein Secret Item in Rotation zu haben, ist es wert, aber... Habe ich Scheiße bekommen. Habe ich Scheiße bekommen. Fucking Active Item. Aber... Der Run lebt noch. Ich glaube, meine Item-Pools sind ziemlich katastrophal. Was bedeutet, dass der Run natürlich nicht mehr lange legen wird, aber... Prinzipiell... Sind wir noch im Spiel. Und das ist schon mal nicht zu übel. Da komme ich nicht ran, das ist ziemlich übel. Da will ich nicht ran. Den würde ich sehr gerne erwischen. Ich wünsche wirklich, ich hätte nicht Mark. Das ist Mark, dieses Item. Guck mal, schwarzer Herz her. Ist der Geg... Ne. Hat er das Gegner gedroppt? Ich wollte gerade sagen, war es ein Tainted Rock, aber ich glaube... Ach, R2 muss ich drücken. Ich glaube, ein Tainted Rock kann keine schwarzen... Ne, er kann keine schwarzen Herzen droppen. Der Run lebt auch noch. Die Runs leben immer so lange, bis... Naja. Ihr wisst ja selber. Ihr wisst ja selber, wie lange sie leben. Oh, das sieht... Das sieht auch von dem Herzen ja gar nicht gut aus. Ah, ah. Ich werde die jetzt mal von hier drüben aus killen. Ach, komm schon. Ich will nämlich nicht... Da reingehen. Oh, Gott. Ich hasse diese Räume. Okay, wir haben es überstanden. Wir haben es überstanden. Tainted Rock irgendwo? Was? Wann ich hier drüben sehen? Ne, ich glaube, ich sehe keinen. Vielleicht ist auch einfach nur der Emote, weil... Vielleicht hat er auch... Einfach nur gesetzt, weil er neu ist. Ich kann nicht reden. Ich wüsste nicht. Ich nähere mich langsam meiner Schlaf... Meiner Schlafenszeit. Ich bin begeistert, da um 23 Uhr schlafen geht, Typ. Das heißt, ihr müsst mir meine Müdigkeit verzeihen. Hier funktioniert der Charakter. Jedes Mal, wenn ich getroffen werde, werden alle meine Items wieder rerolled. Und, äh, ja. 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 Ich denke, die Probleme damit kannst du ja selbst denken. Es ist ziemlich nervig prinzipiell, aber wir kommen gut voran. Wir haben heute einiges geschafft. Das Teil geht aus. Ah. Machen wir den Boss oder suchen wir den Goldraum? Wir machen den Boss. Oh, fuck. Ich bin tot. Ich bin tot. Gibt nichts, was ich hätte tun können. Wir sind tot. Oh, mein Gott. Wie wurde ich nicht... Ich mach so wenig Schaden. Oh, mach ich so wenig Schaden. Oh, mein Gott. Ah. Spun? Arki? Ich mein... Prinzipiell bekommt man so eine Gelegenheit ja nur einmal mit Tainted, äh, Eden. Die Frage ist, jetzt will ich weiterhin bei The Beast bleiben oder wollen wir... Äh, wollen wir weiterhin Mother machen oder wollen wir zu The Beast gehen? Ah, bist du dabei? Wir werden nämlich durchaus, äh, stark. Beast, Beast. Ich glaube auch, Beast wäre eine bessere Idee. Ich bereue es, Magic Skin mitgenommen zu haben. Okay. Ich bereue es sehr. Warum finde ich die ganze Zeit Batterien? Ist okay. Wir werden gleich hier von der Satanic Bible wegwechseln und, ähm... Shit-Item, mit dem wir jetzt nicht weiter noch alles ruiniert. Äh, ist da vorn finde ich die ganze Zeit Batterien? Oh, ich habe das Messer noch dabei, sehe ich gerade. Oh, das ist gut. Das ist ein guter DPS-Bonus. Das Messer wird nämlich nicht rerollt. Oh, das Trinket-Spawn-Batterien? Ah, das ist das damit... Äh, was bringt das, mein Space-By-Item nicht aufgeladen wird nach jedem Raum, sondern man eine höhere Chance hat, Batterien zu bekommen oder sowas? Was ist das? Ich weiß nicht, wie ich runterstrolle. Okay. So, wir haben noch einen Secret-Room. Ich muss hier ein Geld mitnehmen. Vorteil ist natürlich, wenn ich mehr Items habe... Warte, ich wollte Magic-Skin mitnehmen. Wer war denn nicht hier? War die im Goldraum? Die war im Goldraum. Und solange ich nicht getroffen werde, werden wir keine Magic-Skin mehr bekommen. Wäre das nicht das gute Leben? Außer von der Axe-Tec. Äh, 6 Monate. Please sub. Vielen lieben Dank. So, wir wollen zu The Beast gehen dieses Mal. Das müssen wir ganz gelegen kommen, weil der Weg auch kürzer ist. Äh, nee, nee, nee. Nee, das Expansion-Pack brauchen wir gerade nicht. Warms-Ei, klar. Klar, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Ich bin so froh, dass ich dieses... Ah, ich weiß nicht, wie viele Items heißen gerade. Äh, dieses eine Item, die ich mit der grünen Aura habe. Okay. Damit direkt alle Gegner sterben und ich nichts weitermachen muss. Das erleichtert die weitere Route gerade so sehr. Äh, Magic-Skin bringt, dass ich ein Item aus dem aktuellen Itempool bekomme und dafür dann einen Herzcontainer aufgebe. Deswegen habe ich oben links so ein gebrochenes Herz. Aber es hat auch den Nachteil, dass wenn man es einmal aufgehoben hat oder eingesetzt. Ich glaube, aber aufgehoben reicht schon. Äh, dann taucht es ständig wieder auf. Auch in Pools, wo es nicht sein sollte. Und das ein bisschen... Es ist generell schon nervig. In meiner Situation jetzt ist es extrem nervig. So, was ist mit Soul of Cain gerade? Einfach weil wir noch so viel mehr Items haben, die wir dadurch verlieren werden. Bei einem Charakter, bei dem sie noch sehr viel wichtiger werden. Hier ist nichts. Wir haben es versucht. Sollte auch mehr Shop-Items noch mitnehmen. Man muss auch reinsetzen. Okay. Tinted Rock irgendwo. Wollte gerade sagen, lohnt sich eigentlich nicht, aber... Wir wollen den Beast bekämpfen und... Oh, da ist er. Small Rock wäre gut. Wir haben Small Rock noch nicht bekommen. Oh ja, da ist ein Red Curse Room. Red Secret Room? Ich meine, Item. Stark. Kein Re-Roll. Oh. Oh. Es lohnt sich. Es lohnt sich, sage ich euch. Das lohnt sich aber. Ah. Ja, komm, geben wir noch das Soul hat, wenn wir wieder voll sind. Ich wollte mir ein bisschen sorgen, dass ich... Ich liebe diesen kleinen Mini-Isaac. Ich hoffe, wir werden die Full-Karte nicht verlieren. Small Rock Reroid glaube ich auch nicht, da im Tinted Rock Pool nur Small Rock ist. Oh, das wäre super. Ich habe übrigens das Gefühl, dass wir wirklich die... eine realistische Chance haben könnten, den Beast zu besiegen. Wenn ich den Beast geschafft habe, dann sind wir mit Tainted Eden fast fertig. Müsst du nicht schon Conjoint haben? Ne, Transformationen bleiben nicht erhalten bei Tainted Eden. Denn dann würde Tainted Eden einfach zu viel Spaß machen. Können wir nicht haben. Können wir nicht machen. Geht nicht. Nein! Hör auf, das willst du nämlich. Ich wünschte, wir hätten Bambu nicht dabei. Nein, hör auf. Er ist ein bisschen nervig. Hm, Glaskerner. Cool, Karte zu Beginn des Bosskampfes direkt ablegen. Oh yeah! Aber ich bin nicht dabei, er wird sich nicht rerollt. Oh, der ist clever. Der ist es ziemlich clever. Wie ist es mit Zappen richtig cool? Ich hoffe, da kommen noch mehr. Ah, ja, ja, ja. Wir haben Lieberkompter wieder aufgenommen. Uh, kann ich das bitte haben? Und TTT am Montag. Wo morgen dann die erste Folge kommt. Das wird also ganz nett, denke ich. Starke Bombe. Hey, Perfektion. Ich glaube, das Luck-Up von der Münze sollte bestehen bleiben. Oh ja, ich... Ich war gerade überlegen. Ich dachte mir gerade, warte, habe ich das zweite Knifebeast jetzt verpasst? Aber... Ich will zu den Beasts gehen. Ich war gerade sehr schockiert, möchte ich sagen. Magic Skin im Secret Room? Maybe? Nicht, ich kann nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, unter Umständen... äh, meine gebrauchten Herz wieder zu heilen, dann ja, aber... Wenn das nicht der Fall ist, nein. Außer... 20 Euro. 20 Euro von Nuru. Glass Cannon. Nein. Nein. Bringst du mich hier oben? Wie, wie lieben Dank. Wie, wie lieben Dank für die 20 Euro. Äh, okay. Okay, weißt du was? Okay. Ich denke, es ist ein Fehler. Ich glaube, ich nehme zwei Herzen schaden, wenn ich damit getroffen werde, oder? Ja, zwei. Ach, extra zwei Herzen. Oh. Spreng den Angel. Ne, der Schlüssel wird nicht rerollt. Ah, Key Pieces werden nicht rerollt. Den behält man dann immer. Dementsprechend denke ich, dass das keine gute Idee wäre. Wir haben keinen normalen Secret Room. Ich muss nochmal hoch. Ich muss nochmal hoch. Wenn wir ein Item aus dem Secret Room Pool bekommen, wäre es sehr stark. Für die Angel die Chance? Da ist es. Und es ist sogar generell ein sehr starkes Item. Ja, doch, doch. Naja. Ah, wir haben noch Soul Hearts rum. Ruhig die Schaufel einsetzen. Ich möchte anmerken, dass das nicht meine Absicht war, okay? Oh, ich habe das Trinket gegulbt. Ich habe das mit den Ballen. Ich habe das Bomben-Trinket gegulbt. Ich habe das Bomben-Trinket gegulbt. Äh, die Schere gegulbt. Wisst ihr, wie gut das ist? Für den Reiter. Oh, die Goldkarte ist auch gerade gut. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich irgendwas hiervon mitnehme. Deswegen machen wir es nicht. Was gerade passiert? Ich hatte diese, ähm... Ich habe so viel Schaden genommen. Winkt. Du mein Glaskett. Ich konnte sie nicht mehr einsetzen. Ähm... Ich hatte diese Abrisskugel bei mir. Und die hat einen Pilz zerstört. Der ist explodiert und ich habe Schaden genommen. Äh... Ach, komm. Ist 25. Wer hat was soll's? Broken Stopwatch hätte ich gerne nicht. Die ist, äh... Ich habe doch gar nicht... Ne, ich habe die ganze Stopwatch. Die ganze Stopwatch ist gut. Broken Stopwatch ist, ähm... Ein bisschen nervig. Komm, machen wir den Engel. Für Neuigkeit, das ist der Rote geworden. So wie jedes Mal. Aber Tag X schmeckt ganz gut rein. So. Dann würde ich sagen, wir sind wieder vollgeheilt. Sind stark im Angriff. Wir gehen weiter. Wir gehen diesmal zu The Beast. Ich denke, The Beast zu schaffen ist schwerer als Mother. Dementsprechend. Ich habe vorhin einen Arky gefunden. Oh, ich habe sogar dieses... und mich herumrotiert. Und Montezumas Revenge. Sehr schön. Null. Oh Gott. Spawnt doch nicht direkt unter mir! Sind alle weg? Ich glaube, es sind alle weg. Crawl Space. Ja, zum ersten Mal... Oh nein. Was passiert, wenn ich auch mal ein Milkman Tech X mitnehme? Kann ich dann permanent feuern? Einigermaßen gut. Muss ich dann die ganze Zeit spammen? Weil wenn ich die ganze Zeit spammen muss, will ich es nicht mitnehmen. Wir nehmen es mit. Das erste Mal, dass ich es zum Stream geschafft habe. Willkommen. Blankete, was habe ich verpasst? Wir sind seit... viereinhalb Stunden online und ich habe... Ich habe Tainted Eden gemacht. Oh. Okay. Nein! Nein! Weg mit der Kiste! Okay, das wird die Bitrate ein bisschen killen. Ich möchte mich dafür direkt entschuldigen. Aber das ist... Ich habe doch... Ich habe doch... Ich habe trotzdem Angst gehabt. Ah, das ist super stark. Oh, jetzt sind wir im Spiel! Komm, Soul of Cain nehmen wir mit. Soul of Cain gönnen wir uns aber. Außer von Anton. 40 Monate. Every sub. Wie, wie lieben Dank. Can rerollen. Ja, sollte ich noch machen. Ist hier wirklich nur ein? Red Room? Ich war nur so aufgeregt, dass ich Soul of Cain gefunden habe, aber... Das ist eigentlich nicht wirklich... Ich will jetzt jetzt hier ein. Tja. Wir gewonnen, so zerronnen. Ja! Wie gewonnen, so zerronnen. Wir haben ja viele Soul of Cain rumliegen. Das heißt, wir können hier mal eben rein. Und hoffen, dass wir was halbwegs okayes bekommen. Was lade ich hier die ganze Zeit? Warum behalte ich das die ganze Zeit? Quatschschot und immer noch IBS. Immer dann, wenn man mal ein gutes Item hat, wird es einem nicht gegönnt. Ist das eigentlich ein D6, was ich da gerade... Das macht ja eh keinen Unterschied. Ist ein D1. Ist ja eh egal, was für Item ich mitnehme. Hatte ich zwischenzeitlich wieder ein Archive? Oh. Interessant. Ja, wir haben eine Menge Münzen. Ja, nehmen wir doch mal mit! Ich mach jetzt mal die Taschen voll. Wirklich? Das war's? Das war alles, was er ausgezahlt hat? Könntest du in den Kampfraum über dem Red Room... War da ein Challenge Room irgendwo? Den will ich schon hier nochmal runter. Ich will nicht nochmal Soul of Cain. Komm schon, was Gutes bitte. Was Gutes. Wann bekommst du ein Run-In, wo du absolut jedes Passive-Item findest und mitnimmst? Ich glaube, jedes Finden ist nicht mehr wirklich möglich in Repentance. Das war früher eine Sache, die man... Ne, warte, ich will kein Never-In-Item. Ah, das war früher eine Sache, aber ich glaube, heutzutage... Oh, ich hab grad zu viel Leben verloren, wollt ihr mich verarschen? Ah, ich glaub, heutzutage nicht mehr wirklich drin. Schlicht und greifend zu viele Items. Äh, wer hat ja noch Soul Arts rumliegen. Ach, komm schon, warum jedes Mal die Scheiße? Gibt's doch nicht. Jedes Mal bekomm ich Cursed Eye. Das Schlimmste. Oh, warum hab ich das nicht mitgenommen? Ich mein, auch wenn man den Archi dupt, wär's sehr schwer, alle Items zu bekommen, weil einige von den Secret-Room-Items so selten sind. Und es ist ja nicht mehr garantiert, dass du in einem gesamten Run überhaupt auch nur ein Item im Secret-Room findest. Das heißt, das Gefühl, davon mehrere zu bekommen, ist schon sehr verzwickt. Ah, HP-Up nehmen wir mit und dann... Ich könnte noch ein Secret-Room, wäre wir schon... Ich mein, so lang geht der Run generell noch gar nicht. Wir sind noch nicht mal eine Stunde dabei. Ich glaub, das ist nicht mal die richtige Location gewesen dafür. Hier? Nee. Ich würde ganz gerne noch den Secret-Room finden. Zum Item aus dem Secret-Room-Pool wäre so wichtig. Ah, Devil-Deals sind ziemlich mies. Devil-Deals können nämlich zu Dead Cat werden und... ...dann hab ich keine Leben mehr übrig. Wenn ich Dead Cat ausgewürfelt bekomme und das wollen wir verhindern. Das wollen wir verhindern nach Möglichkeit. Ach so, eine Boss-Challenge-Room kann ich von Red... Ach so, jetzt seh ich's gerade. Keine Ahnung, warum ich das wohl nicht verstanden hab. Naja, da kann ich mich rüberbomben, stimmt. Ich muss mich mal rüberbomben, ich kann einfach rübergehen. Wir gehen einfach zu Fuß. Ich wollte mich gerade... Ich wollte mich gerade erwischen lassen. Oh mein Gott, das ist super stark. Ich wollte mich gerade erwischen lassen, damit ich rausgeworbt werde und ich... ...habe so viele Herzen jetzt verloren, wollte mich fahr... Ach Gott, ich hasse, ich hasse... Ich hasse einfach nur. Versteht ihr? Ich hasse Tainted Ead. Man verliert so viele Herzen, wenn man einmal getroffen wird. Es ist unglaublich. Alle meine Herzen sind weg. Ich weiß, ich wurde zweimal getroffen. Wir gehen einfach... Oh, Help Up. Help Up ist wichtig, das verliert man nicht, wenn man es durch die Pille bekommt, habe ich heute gelernt. Prinzipiell, sehr starker Bild gerade. Schwarzes Herz, nehmen wir auch mit. Hier bin ich harte. Judgment. Sehr, sehr, sehr starker Bild gerade. Komm, mach auf. Lock. Okay. Pillow ich nicht. Judgment. Dem will ich, glaube ich, auch gerade nicht mein Geld verschwenden, aber... Vielleicht. Vielleicht ja später. Ist da? Oh. Oh, ich habe dieses Trinket. Ich habe das Hush Trinket. Gappi's Drawing! Ich habe Gappi's Drawing gefunden. Gappi's Drawing ist ein Trinket, das als Gappi-Item zählt. Und das, äh, das ist ganz cool. Ach, komm. Es war ein Fehler, Magic Skin mitzunehmen, ich verstehe, ich habe schon verstanden. Ist ja gut jetzt. Ich meine, es ist ziemlich cool, dass das Trinket existiert, aber ich habe es ja zum ersten Mal gefunden. Ich habe es auch schon ein bisschen länger freigeschaltet in dem Punkt. Also, Mann, man findet es auch wirklich nicht allzu oft. Aber ja. Eine weitere Möglichkeit, Gappi zu werden. Kann man sich ja nicht zu sehr drüber beschweren. Dank Depts 1. Ich habe eh die Schere, weg damit. Ich wünsche, ich hätte irgendwas Defensiv... Oh ja, ich hätte mal, ich habe die Kugel. Das ist nicht mein liebstes defensives Item. Oh, World of Banaches, warum nicht? Kann man euch in dem, äh, auf der Ebene im Goldraum war, aber wir gehen weiter. Ich habe keine Lust ohne die Karte. Ja, ich, 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 ich stimme zu, dass ich Magic Skin nicht hätte mitnehmen sollen. Ach ja. Vor allem, ich habe nicht mal ein gutes Item durchbekommen. Es war diese dumme Pille. Was ich bekommen habe, war nicht mal ein Item für den Pool, wo ich es haben wollte. Es war wirklich einfach nur Scheiße. Oh, ich hasse die neue Mimik-Kiste. Ein Wooden Nickel. So, Technology 2 ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Bin ich der größte Fan davon, dass da ausrechnet, der D-100 drin ist, ehrlich gesagt. Magic Skin taucht immer häufiger auf, wenn man es einsetzt. Weißt du, wenn man es weiter nicht einsetzt, oder... Oh. Das ist ja Ausbeute, aus irgendwelchen Gründen. Oh. Ach, Queen of Hearts, wenn ich das behalten könnte, das wäre stark. Müll. War da mein Altar irgendwo? Ach ja, da oben. Yeah, natürlich. Das ist doch nicht euer Ernst. Scheinbar kann man der Wafer rauskriegen. Das ist besonders schön, wenn man Tainted Eden ist. Ich möchte daran erinnern, dass ich mein Broken Heart immer noch habe. Es ist halt... Ich könnte nicht lang genug dran spielen, um das zu verlieren. Er hat zwei gedrückt lassen, um Kram abzulegen. Okay. Okay. Warum bin ich tiefer? Bin ich wirklich... Ich bin nicht wirklich tiefer, okay. Ich weiß gar nicht, ob das an einem Trinket liegt, weil... Ich kenne an sich nur das Trinket, wo man dann... Ah, nee, ich bin dahinter. Ich... Ach, das war diese eine... Äh, diese eine Karte. Okay. Ich dachte, ich wäre zu ihm geworden. Ich war sehr verwirrt. Ähm... Ne, ist egal, was wir mitnehmen. Spielt ja keine Rolle. Okay. Na ja. Na ja. Der hätte nun aber auch was Besseres drin sein können. Aber okay, aber okay. Wir haben ein bisschen Rubber's Demand. Ein bisschen Rotten Baby. Da, ein bisschen Cricket-Lag. Ist ehrlich gesagt besser. Cricket-Lag ist generell ein gutes Trinket. Ich bin ein relativ großer Fan davon. Ich bin aber ehrlich gesagt sehr überrascht, dass wir überhaupt noch einen Angel-Ele bekommen haben. Also war okay, dass der nicht so gut war. Kannst du auch die Beast-Tür, äh, aufsprengen mit dem Trinket? Oh ja, stimmt. Ah, das war gar nicht, dass das Gegner anzündet, das Trinket, das ich habe. Stimmt, dass er sich Türen aufsprengen kann. Und Schlösser und sowas. Zu spät. So, ich will noch zum Shop rüberschauen. Ich habe das Gefühl, dass er eventuell was ziemlich Hilfreiches für mich haben könnte. Und ich rede natürlich von Magic Skin. Die haben wir nämlich schon lange nicht mehr gehabt. Ah, ich habe den Keller gar nicht mehr. Der Shop ist überhaupt nicht hilfreich. Bringt mir gar nichts. Ah, Wahnsinn. Noch einmal. Naja. Wenn ich noch irgendwas anderes mitnehme, ich glaube nicht. Ich glaube, wir hauen ab. Ich glaube, wir haben alles. Ich hasse diesen Raum übrigens. Ja, ich denke. Ich kann die Queen of Hearts noch mitnehmen, aber... Naja, spielt keine Rolle. Wenn ich getroffen werde, sehe ich wieder alles vorbei. Sag mal, wie lange bleibt jetzt eigentlich der Keeper hier? Geht mir nämlich, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nerven. Ist ein bisschen irritierend, den die ganze Zeit hier neben mir zu haben. Bis er stirbt? Oh, wirklich? Das würde ein bisschen dauern. Ich dachte, der ist nur für eine Minute oder so. Ich meine, im Falle von Tainted Eden ist aber auch nicht verkehrt. Einfach, weil er ein bisschen Schläge für mich ablopfen kann. Was ist das gerade? Was? Was? Okay, er ist tot. Okay. Der ist ja schon mal unten. Hm. Nee. Nee. Shit. Und ich habe schon wieder ein paar meiner Special Herzen verloren. Und dabei war das wieder so ein lustiger Bild. Ich habe es wieder verkackt. Ich habe es wieder mal verkackt. Oh Gott. Wir werden dieses Baseball-Item nicht einsetzen, okay? Das ist es jetzt wirklich nicht wert. Das ist wirklich nur Zeitverschwendung. Okay, wir setzen es ein. Ich gehe dann nicht automatisch in die nächste Ebene, oder? Oder? Nee? Okay. Half ab. Fliegen. Cricket. Stopwatch. Tears up. Äh. Pinky, warum nicht? Keine Ahnung. Half ab. Salami oder Raw Liver? Wir nehmen Salami mit. Fliegen. Tagbefreund. Steam Cell. Äh. Sintoy. Stammzellen. Papstmütze. Nein, nein, nein. Nicht Back of Crafting. Soul. Mächtig. Stigmata. Mächtig. Mächtig. Komm, ich will nicht Random Trinkets jetzt. Ich hätte wahrscheinlich kein Devil-Deal-Item mitnehmen sollen. Das werden wir eventuell noch bereuen. Uh. King Baby. Mh. Pflaster. Kerze. Own Spurs. Das dauert echt lange hier gerade. Hm. Was ist das? Uh. Will ich eins von beiden nochmal mitnehmen? Holy Light? Okay. Oh, das war schon das Ende, wie es aussieht. War das mit Holy Light? Dafür brauche ich... Ne, ich brauche... Ne, es ist einfach generell... Äh, Larkberries brauchen keine vollen Herzen oder so. Okay. Ich glaube, wir haben alles, äh... Neu ausgelost. Sun-Karte. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Das Beste wird ja sein, wenn ich getroffen werde und alles wieder weg ist und es einfach komplette Zeitverschwendung für nichts war, aber... Was war es dann trotzdem wert? Das war natürlich nicht für nichts. Wir haben... Äh, wir haben... Äh, unsere... Unsere Trinkets verloren. Also, das wäre nicht komplette Zeitverschwendung gewesen. Oh, das wäre, glaube ich, ein relativ cooler Bild, wenn wir den behalten könnten. Er macht soweit einen ganz okayen Eindruck. Nicht so viele Holy Shots, wie ich mir wünschen würde, aber... Naja. Man kann ja nicht immer alles haben. Oh, es ist weg. Ach ja. Hat lange gehalten. Zum Glück haben wir Genesis eingesetzt. Es war es wirklich wert. Hm. Ach, Secret Room hatten wir schon. Ja, dann hauen wir ab. Hauen wir ab. Wir waren im Shop, wir waren im Secret Room. Hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es nichts mehr für uns. Ach ja, ich habe ja Angel-E-Items durch, äh... Diplo rausgeholt. Stimmt, 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 stimmt. Das hat sich ja ein bisschen gelohnt. Und hier haben wir noch Gold-Raum-Items. Ich will das. Ja, doch, doch. Die zusätzlichen Angel-Items, die werden einen großen Unterschied machen im Kampf gegen den Biest. So, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Oh. Okay. Sacred Heart, oh mein Gott. Ich habe monstres Lunge. Genau, halt mal den Mund, Maggie. Ach, hier brauchen wir auch nicht ewig spielen. Oh Gott. Das ist eine wilde Kombo. Vor allem, wenn ich dann, äh... So schöne Pyramide treffe. Dann geht es richtig los. Machen wir aber keine Gefangenen mehr. Bambo hatten wir heute ja auch gerade mal viermal. Also, wird wieder höchste Zeit. Habe ich Cursed Eye? Oh, ich habe Cursed Eye gerade. Fuck. Oh, warum bekomme ich hier mal Cursed Eye? Oh, ich liebe es, wenn der Brimstone auf das Tide trifft. Dann macht man doch endlich vernünftigen Damage. Oh, oh. Irgendjemand droppt auch die ganze Zeit... Ach, das ist, äh... Relic. Droppt die Soul Hearts. Oh, ja! Wir haben untergebrochenen Herzcontainer haben wir durch Genesis auch verloren. Yeah! Ne, das hat sich super viel gelohnt. Mehr Angel Items untergebrochenen Herzcontainers weg. Gerade die HP sind bei Tainted Eden immer das größte Problem. Das ist übrigens auch ein ziemlich guter Bild gerade. Aber das ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Oh, ich habe auch noch... Oh, mit BFF habe ich auch noch diese langsame Aura. Oh, das ist auch gut. Ne, geh weg. Jeder, der irgendwo in meiner Hälfte des Raums ist, wird direkt super langsam gemacht. Bei Beast Song 9 lives auch nur noch für ein neues Leben während des Kampfes? Na, wir hoffen nach wie vor, dass 9 lives nicht auftreten wird. Dafür lehre ich nämlich alle meine roten Herzen. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Ups. Small Rock. Ne, kein Small Rock. Okay. Speed up. Sicher, warum nicht? Weiter geht's. Der Bild ist wild. Na, wir hatten vorhin einen so viel cooleren. Hanged Man. Vielleicht wird da aus was Brauchbares. Äh, ich spiele Tainted Eden. Und im Idealfall werden wir gleich, äh... Einen gewissen Boss besiegen. Weil ich frage, ob man beim Kampf rausgeworfen werden kann. Bei, äh... Bei Dogma ja. Bei den Reitern und bei The Beast nicht mehr. Das Hauptproblem ist in der Regel auch immer Dogma. Ich werde absolut getroffen. Ich war ein paar Mal hier mit Tainted Eden. Es ist jedes Mal bei Dogma gescheitert. Glaube ich. Gewaltiger Damage gegen Dogma übrigens. Und Dogma macht nur dumme Angriffe. Das war sehr glücklich gerade. Ich bin ein ganz-blassiger. Wie거�'n B費erinnen und Dich anders finden können wir doch gerne aussehen. Es ist eine celebende面ige Reihe. Wir sehen uns heute CAO, die wir haben hier nicht ausgedacht. Der hierLaure um die trongractivende hopefully. Auch wenn wir zum Beispiel gar nicht vertretengaryen мире. Schon stirb... Yes! Was? Warum kam jetzt zweimal die Fernsehanimation? Da kämpft ja meine Großmutter besser. Okay. Zeigen wir, dass wir besser kämpfen, als die Großmutter von dem Typ, der den Spruch bei Age of Empires 2 eingesprochen hat. Aber ich hasse den, wisst ihr das? Kann ich gar nicht leiden. Naja, ich habe Cursed Eye noch dabei. Das Cursed Eye haben wir dabei. Ohne macht es ja gar keinen Spaß. Ich glaube, ich sollte auch mit Cursed Eye nicht rausgeworbt werden können hier. Glaub ich? Hoffe ich? Kann man nicht? Okay. Ja, der Damage, also wenn ich das Teil erwische, ist der Damage enorm. Ups. Ist nicht mehr ganz so cool, aber Dre Baby zu haben, ist gut. Ist gut. Und vor allem die Tower-Karte. Was? Was? Ach, wir haben die, äh... Lost Soul gerade verloren. Was greife ich gerade an? Oh, damit greife ich an. Stehe. Ich lebe jetzt übrigens, wie viel Herz ich gerade jetzt verloren habe, dadurch, dass ich zweimal getroffen wurde. Das ist immer wieder ein Highlight. Ich kann... Ach, die haben... Ich glaube, ich habe durch Sacred Heart so Auto-Aiming, deswegen kann ich die nicht... freigeschalten. Und er will ich die rote Schlüsse. Oh, absolut, absolut. Yeah. Jetzt haben wir den TM-Trainer. Mein Plan, Tainted Eden abzuschließen, den sind wir nicht ganz nachgekommen, aber... Ich würde sagen, wir haben Hush, Delirium und The Beast mit Tainted Eden geschafft. Und... Weiß ich, wie ihr das seht, aber ich denke, das ist ziemlich fantastisch. Und jetzt ist die Verbindung zum YouTube-Chat abgebrochen, dass das ist... Ach ja, fantastisch. Ist generell der Stream abgebrochen? Ich sehe nämlich gerade, ich habe ausgelastete Frames 0. Ich glaube, ich sollte noch online sein. Ich habe gar keine Lust, mich jetzt halt auseinanderzusetzen. Nee, es sieht aus, als wäre ich noch online. Okay. Stream hat etwas gehangen. Stream war kurz weg. Stream tot bei Twitch. Bei Twitch tot, aber warum steht jetzt nicht mal mehr was von dem neunten Verbindungsversuch? Ist bei Twitch der Stream wieder da? Oh, das Finale vom Kampf hat man nicht gesehen. Oh, so eine Scheiße, wirklich. Oh mein fucking Gott, auszeichnet das. Warum, warum jetzt genau beim Ende? Auf jeden Fall, wir haben TM-Trainer freigeschaltet und es war nicht zu spannend dann gegen den Biest. Alle zwei Sekunden setzt die Audio kurz aus. Ich habe doch keine Ahnung. Naja, gut, wir sind fertig, was auch immer. Was auch immer. War ein guter Stream. Ging länger als erwartet. Wir machen keinen Bonus-Run. Ich, 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 ich habe gewonnen, ja. Das war ein relativ einfacher Kampf am Ende noch. Ja, scheinbar ist der Stream wieder. Warum ist der Stream wieder offline? Was auch immer, was auch immer, was auch immer. Wir sind fertig. Außer von der winziger Hering. Ein frischer Sub. Wie, wie lieben Dank. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen, ja, fuck, morgen ist schon wieder der nächste Stream. Gott, es ist nicht mehr viel Zeit bis dahin. Äh, morgen werde ich ein bisschen Pervert reinschauen. Das heißt, das wird ganz nett. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.